Und ich so, ich find's nur lustig, dass meine meistgespielten Spiele dieses Jahr halt SEGA-Games waren. Und er so, hä? Welche Spiele hast du von SEGA gespielt? Oh man, der Niklas ist auch so ein Brain-Halter. Er sagt immer da uns im Film noch. Ja, ja, aber die Sache ist, ich hab dann, ähm, ich hab ihn dann halt actually mal gefragt, so, Niklas, was poppt dir jedes Mal fett auf, wenn du einen Yakuza spartst? Du hast einen Meme drüber gemacht. Er hat sein Leben nicht gepackt, hat eine Epiphanie gehabt. Ja, nee, so ging's mir auch mal. Was, SEGA kreiert gute Spiele? Nein, das stimmt nicht, Daniel. Tut es nicht. Es kreiert die Yakuza rein und das war's. So, äh, Fett. Oh, da ein anderer lieber Mensch zwischen dem 24. August und dem 23. September Geburtstag hat, ist dein Sternzeichen-Jungfrau. Ja. Willst du uns was sagen, Daniel? Ich hab's dir geschickt. Ah ja. Also im Memes-Chat. Ja, ja, ich seh, seh. Ähm, hm, womit kannte ich jetzt? Wird ne Überraschung. Ich weiß nicht, dass auch ein guter kannte. Aber ich denke, ich geh dann doch lieber mit... Oh, ja. Das ist okay, ich weiß nicht, ob du's vorhin gehört hast. Aber jetzt hab ich seit Monaten wieder ne Brille auf und die Sonne reflektiert. Erstmal nur eine Gläser. Ich find's halt so lustig, wie witzig dieses Meme ist. Und ich find's noch lustiger. Wie gesagt, Niklas weiß nicht, dass das Nishiki ist, gell? Ja, ja. Er weiß es halt nicht. Er kennt den Spruch halt. Ja, er kennt den Spruch. Er hat, glaub ich, noch nie die Kasuma-Version gehabt. Also, we stayed ten years in the joint. Made you a fucking pussy, Kasuma. Ja. Also, er weiß halt nicht, dass das Nishiki ist. Und das Ding ist, er findet ja das Meme jetzt schon so lustig. Was ist, wenn er mal Yakuza 1 durch hat? Was ist, wenn er sich die ganzen Videos dazu gibt? Das hat alles plötzlich viel mehr Gewicht. Er hat immer sehr viel Gewicht. Und so schläft man, wenn man wieder aufwacht. Ich haff das nicht. So. Gofig. Mädel, Leute, herzlich willkommen zu Gotik. Schlaf der Drache. Ich weiß nur, dass ich um 20 Uhr weg muss, wegen DJ Schwul. Aber abgesehen davon, weißt du eh, frei. 20 Uhr dauert nachher, sind 12 Stunden. 11.30 Uhr. Mann. Das hängt schon unfair an. Warte, Steam. Ja, ich musste hier einen FPS-Counter einfach rausmachen. Also, ja, Kaffig verlassen. So, Leute, das war mein Kaffiglid-Spray. Bitte, Spaß. Wie läuft das jetzt eigentlich? Schau ich dir wieder ausschließlich über Twitch zu und ich mute mich, oder was? Das sag ich dir gleich. Warte kurz. Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Wie läuft das eigentlich? Spielst du jetzt deinen alten Spielstand weiter? Ja, wieso sollte ich einen neuen starten? Ich gehe halt wieder ins Normal... Also, ich gehe halt wieder in das Lager, in dem ich eigentlich sein wollte. Es gibt... Es gibt eigentlich... Es gibt eigentlich nichts... Es gibt eigentlich nichts wirklich, was du falsch machen kannst. Weil, schau, alles ist im Kapitel. Das Einzige, was du tust, ist halt dich selbst verwirren. Weil, dir fehlen diese Interaktionen mit jeder Person aus dem alten Lager. Dir fehlt das halt einfach. Ja, da wäre ich wieder hingegangen, weil ich mich nicht mehr wohlfühle bei den... Bei den, ja, religiösen Fanatikern, die ständig nur Drogen nehmen. Wie gesagt, du machst das schon. Du machst das schon. Willst du wissen, was ich genommen habe? Oder... Nee, ich möchte das auf eigene Forder... Ich möchte es gerne wissen, wenn ich fertig bin. Es gibt keine beste... Es gibt keine beste Antwort. Das weiß ich. Ich möchte aber deine Antwort, wenn meine Antwort existiert. 18... Ah, okay, das ist der neueste. Vielleicht ein bisschen... Kannst du kurz im Twitch-Chat schauen, also dich auf Discord-Muten. Ich will nur wissen, ob meine Stimme zu laut oder zu leise für das Game ist. Penis, 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 Penis. Penis, Penis, Penis. Ich habe einen großen Penis. Daniel hat einen ziemlich kleinen Penis. Penis, 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 Penis. Oh, ich sehe schon. Die Auflösung ist ja mal richtig Penis, Alter. Das geht ja gar nicht klar, Alter. Okay, Daniel, kannst du jetzt wieder entmuten? Hm, dein Mann. Und, wie war die Stimme? Die Stimme klingt eh gut, deine Auflösung ist für einen Arsch, dein Bild ist zu groß. Ja, was glaubst du, mach ich gar nicht. Ich weiß, dass mein Penis zu groß ist. Warte, das ist doch scheiße. Wieso kann man nicht rauszappen, wenn das Spiel crasht? Warte kurz, das haben wir gleich. Ah, ich weiß schon, was Phase sein könnte. Du schaffst doch schon. Mach schon. So, wenn man jetzt so ranzoomt. Dabei hab ich doch... naja, ist doch egal. Ich könnte schwören, ich hab auf einer guten Auflösung auch das Spiel gehabt, aber das... Weiß man, Bargengames nie, ob das einfach nur gestretched ist oder nicht. Jetzt schluch. Ah, Mann. Okay, 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 okay. Also... Fast. Fast. Ich sag mal fast, da ist der rechte Teil vom Bildschirm abgeschnitten. Ja, aber die Breite... äh, die Höhe passt jetzt. Soll du dir helfen, wenn du deine Kamera klar machen willst? Ja, aber die Leute sollen doch wissen, wie gut ich aussehen. Ja. Außerdem siehst du nicht, wie cool ich meinen Chat da unten habe. Schreib mal was im Chat. Ist ur-cool. Siehst du jetzt, bist du in meinem Coffee-Cletts-Play verhebigt. Ja, du stell mal ein, ich geh rum. Mach mein Scheiße in dem Projekt. Das ist immer noch schwerer, das Spiel auf Discord zu streamen. Haha. Ja, wie ist das, Daniel? Das schaut doch gut aus. Obwohl... Naja. Scheiß mal drauf, das letzte Mal so das Auto... Oh Gott, nein! Ich seh grad das Problem. Wir haben zweimal Gothic. Boah, ich bin so ein Pro-Gamer. Gut. Scheiß mal drauf. Das war mein Coffee-Cletts- Tschüss. So. Da? Das müsste passen. Hat aufhören auch geklappt. Siehst jetzt eigentlich wieder was? Ja. Ja. Okay. Keine Ausreden mehr für dich. Nein, nein. Ich renne immer noch an Zeugs vorbei. Das war auch mit Brille immer so. Aber ich kann jetzt g'scheiter auslesen. So. Bleib damit durchspiel keinen Kaffig. Oder zumindest nicht mit dir. Was heißt mit mir? Ich brauche nur ein Fenster schließen. Hä? Nein, du warst... Ich meine ja, ich kann so damit leben, wenn du willst von mir aus. Aber es ist extrem schief abgeschnitten. Und der Chat ist richtig unnötig. TBH-Immo. Ist das Gameplay wichtiger? Ich sag's ja noch. Ja, schön. Für dich ist der Chat unnötig. Aber ich verles... Also ich les den uroft nicht. Und bin dann abgefuckt. Aber du hast recht, dieses Layout passt besser für 4 zu 3 Games. Obwohl original ist es 4 zu 3. Man wüsste es ja... Jetzt passt es ja eigentlich von der... Äh, Dingsbums her. Von der... Man wüsste ja eigentlich jetzt nur in beide Richtungen gleichmäßig bis zum Eck ziehen. Mir ist es echt klar. Ich komm damit klar. Ich seh genug. Ähm... Der erste Cockpit Upload war in 360p. Mir ist nur wichtig, soll ich jetzt... Äh, mich muten und halt den Twitch-Stream schauen. Das musst du für dich wissen. Ich schau das Spiel nicht leise. Ja, dann... Dann wird's für Twitch sein. Gut. Also dann mute ich mich und äh... Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Hilfe. Ohne Chance. Bevor du keinen Bock mehr bekommst, sagst du Hilfe. Und... Ihr Glück. Deine Mom. Weil jetzt mit der Brille sehe ich erst, wie ranzig mein Bildschirm ist. Bist du auch zu Zahlheimern? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpf hei zu nah als Land... Ja, okay, gut. Kenn ich schon. Danke. Ja, Space war das. Passt. War alt springen. Ja, passt. Wenn das nicht dauernd questionen würde, ich könnte das einfach... Egal. So. Daniel, korrekt so. Ich sehe absolut gar nichts. Die Sonne reflektiert extrem auf meinem Bildschirm. Na ja, egal. Dann wird es zum Hörspiel. Hallo. Die kenne ich auch schon. Ich will eigentlich von ihr weg. Aber eins flieg. Was... Was für mich behalten, ha? Das ist nun wirklich nicht mein Problem. Wie läuft's? Seid ich ein auserwählter Besch... Du... Oh nein. Kenne ich schon alles. Das habe ich davon, dass ich diesem Scheißzeugen Jehovas gefolgt bin, alter. Erstmal drei Stunden in diesem Kacklager verbracht, alter. Ich höre nicht mehr. Ach, das geht auch. Okay. Ich darf auch nicht alles glauben, was man sagt. Warte. Wie hieß dieser eine Dude? Gut. Das ist ein Zempler ohne Namen. Da war er. Nein, Quatsch. Das ist ein Daumen. Das ist ein Funtan. Wie alt ist das gar? Jetzt kommt ihr. Sollte ich auch mal nutzen. Ich suche eigentlich nur diesen an Bobby, der mir immer den Weg weißt. Aber ich bin doch alleine dazu. Tschüss mit Öl. Der Unterschied ist extrem. Ich will das nochmal abjusen, geht das? Hier kommt die Sonne. Du kannst jederzeit auch Spinnen mit der Auflösung mal drunter laden. Ja wäre eine Idee, aber nein, jetzt nicht. Ist halt maximal gay. Eben. Vor allem, selbst wenn es nicht maximal gay wäre. Ich bin froh, dass das Game überhaupt rennt. Ist ja erstmal der Community Patch drin. Und Daniel, ich brauche einen Spendenlink. Aber bitte für Zwieback. Nicht für Geld. Du bist so ein Arschloch, Daniel. Oh, oh. Ich kenn den Weg. Ich seh schon, ja, ja. Mann! Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Ich bin kein Brawl-Spieler. Ich hasse Wolf. Okay, gut. Den ganzen Weg nochmal rennen. Weil ich nicht gespeichert hab. Die Lektion hab ich gelernt. Wieso kennst du die Karte? Ah, Dingsbums. Ich kenn Koffig schon die ganze Zeit. Ich hab dich nur verarscht. Siehst du, wie gut ich mich auskenn? Ich bin auch sicher nicht falsch, weißt du. Selbst wenn ich jetzt falsch rede, dann nur um dich zu ärgern. Eigentlich kenn ich das Spiel auswendig. Das mit dem totalen Heimann wusste ich schon. Nein, hab ich nicht. So, da ist der suizidale Typ, der einfach nicht hier raus will. Also, er will aus dem Lager raus, aber er versteckt sich gerne im Sumpf mit den wie auch immer Haien. Hätte ich gespeichert? Ja, okay. Sobald ich vor den Toren stehe, dann speichere ich. Und beim Auge Innos heute will ich nicht mehr aufs Klo rennen müssen. Du bist in dem Game nie Lektionen leer. Okay, gut. Freut mich. Warum nimmst du nicht Platz, Daniel? Nimm Platz gleich hier. Aber warum? Warum wird mich wieder aufs Klo zwingen? Ist sie so hot? Ist er so hot? Ist er so hot? Boah, es ist wirklich der Stadtpark in Wien Mitte, oder? Tschüss ihr Hippies. Ich glaube, ich gehe schon wieder falsch. Ja, stimmt. Das ist der Typ, der sagt, ich schaue darauf, dass die Viecher niemanden vergewaltigen. Es gibt nur den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, Daniel. Das ist ein christlicher Stream. Und solltest du noch einmal Götze bewerben, dann fliegst du hier hochkant raus. Götzerei. Blasphemischer Twitch-Stream. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Das klingt wichtig. Wenn du nicht zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen. Mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ich mag, wie das geht. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Ich gehe jetzt von Tür zu Tür und frage, ob sie von Jesus gehört haben. Dass ein weiterer Mann in unserem Lager beitritt. Was du deinen willst, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Ah, das kommt gelegen. Für viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Das kommt sehr gelegen. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen... Im neuen Lager wirst du wagen. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Ich brauche keinen Grund dafür. Außerdem möchte ich nicht den Meister stören, wie er sich gerade entwedelt, also auf dem Berg des Friedens. Von daher... Okay, cool. Also erst einmal speichern. Und jetzt zum Rewe. Das witzige ist, ich habe ja vorhin rausgefunden, aber wenn man mich näher kennt, weiß man, dass das nicht abgespeichert ist in meinem Hirn. Von daher dauert es jetzt wieder. Und ich möchte auch keine Tipps, wie es hier rausgeht, gell? Ich will auf eigene Faust laden. So. Der hat mich angeworben, dass ich ihm neue Leute suche. Da ist Holz mit Stretch Textures. Ich muss leider zugeben, dass hier relativ wenig Orte Wiedererkennungswert haben. Das ganze Lager schaut aus wie Shrek Swamp. Der Unterschied ist Daniel, Joshua würde ich im Schwertkampf wahrscheinlich besiegen. Kommt halt auf Schwert an. Also den 2018 Joshua nicht, aber den jetzigen. Okay, das ist schon mal komplett falsch. Du gibst mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Dann bekommst du Hilfe. Ja, cool. Genauso würde ich es haben. Ich lebe damit. Ich stelle es jetzt nicht nochmal um, dass das Spiel wieder crasht. Ich bin halt, weißt du, ich muss auch ein bisschen Drache sein. Und von daher sind mir meine Zuschauer egal. Schwaul. 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 Aber Daniel, du könntest den Helden doch voll gut cosplayen, wenn du dir auch so'n wohin. Schwaul. Ich bin der beste Gamer aller Zeiten, Alter. Bitte nicht Ich konnte schon schwimmen Nein, ich brauche keine Hilfe Ich schaffe das schon Ich habe schon schwimmen verlernt Ah, bitte Ich weiß schon Ich weiß schon Holy shit, war das cringe Aha Siehst du Ich kann da durchschauen So, jetzt halt die Frage Wieso zum Fick Gothic braucht keine Patches So Ich habe ja abgespeichert Ich habe ja die Quest noch Wie geht man Nein Fuck Ist das wirklich der Speicherstand Ja, passt Ich habe ja die Quest Gothic braucht keine Patches, Daniel Neues sehen für die Bruderschaft Machen wir jetzt Wir werben jetzt Leute an Wir sagen einfach Es gibt ganz viele Frauen hier Nein, wir sagen Es gibt gar keine Frauen hier Dann wollen sie unbedingt hin Dann könnt ihr ja so eine 10 Stunden von Beläscher schneiden Oh, der Gamer Ich habe es gleich Ich weiß zumindest Das, wo ich nicht hingehe Schau mal Ich weiß, wo ich bleibe Ich brauche keinen Glauben Mein Gott ist Crack Ah, die sind hier alle viel zu gechillt Ich glaube wirklich, dass die ein bisschen Das Sekretätlager sind Allerdings läufst du schon Auf dem Kreis Erst wieder lustig Ja klar Das Ding ist Ich habe es ja vorhin raus geschafft Und trotzdem weiß ich nicht wie Von daher wird das eh witzig Aber das schaut mir zum Beispiel Schon mal richtig aus Servus Na bitte Das war doch schon mal In meinem Stein Kann nicht reden Daniel, ich habe gestern Zum ersten Mal Erdepfellpiree gemacht Und es starrt mich gerade an Dass es noch gegessen werden will Bevor es schlecht wird Ding ist nur Es war schon schlecht Wie ich es gemacht habe Das sieht aus wie ein Link Das schwul MP3 Kann man da wirklich draufdrücken Und dann sagst du schwul Hast du mir gerade eine Textnachricht geschickt Du Gen Z Ich weiß noch nicht mal Ob das der richtige Weg ist Aber es ist auf jeden Fall Ein Weg Und jeder Weg ist der richtige Ein Kaufweg Habe ich gelernt Dass der Weg hier irgendwie braun wird Roman war hier Ich habe Angst Dass da wieder Wölfe auf mich lauern Tatsache Ich gehe eins zu eins So wie vorher Ich habe nur ganz kurz Wie episch das alles hier ist Ich weiß nicht In real life würde ich so eine Brücke Nicht einmal anschauen wollen Wenn ich jetzt wieder was neu ist Das wäre natürlich auch cool Ich hoffe ich treffe nicht auf das neue Lager Weil das sind ja lauter Zählungen Nur Ketzer Ich gehe da gleich ran Totenschädel heißt ja meistens was gutes Ich schaue nur kurz ob es vielleicht eine Alternative Route gibt Scheint nicht so Da unten halt Ich weißt du was Ich weiß nicht ob ich gerade gespeichert habe Ich speichere einfach ab Schauen wir mal da ran Außer es ist der Blödsinn Was ich eh schon war Schaut aus böse aus Ich liebe es Das erinnert mich an Pausas Fest und den Mario Kart DS Mann jetzt Okay nein Ich wollte gerade sagen ich sehe nichts Aber das ist auch nichts Die Sonne reflektiert halt Wieso habe ich mein PC eigentlich vor das Fenster gestellt Ich bin so ein Hirny Oh Cool Das schon wieder Die Winde klemmt Klemmt sie immer noch? Okay scheiße Ich dachte ich kann das jetzt alles aufmachen Gut Oh Gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte auch kein Problem damit, wenn das ein Boxing wäre. Wenn Kaffeegans einfach nur gehen wäre mit gelegentlichen Typen zum Ansprechen, wäre es auch ein tolles Spiel. Ah, nein, danke. Das war egal. Wenn ich jetzt schon wieder im Kreis renne, freut mich das, weil das den Daniel genauso sehr nervt wie mich selbst. Ja, witzig. Ah, es würde auch einen anderen Weg geben. Machu ist die Koalition komisch. Ich sagte kurz, da wäre eine unsichtbare Wand. Aber er ist einfach nur nicht hochgekommen. Was geht hier auf? Wasser. Sehr risky hier. Den Sound habe ich lange nicht mehr gehört. Aber er muss ja drei bis vier Mal schreien, damit er nicht chargt. Und er ist einfach nicht mehr. Loot? Nicht gut! Ab! 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 Wurscht! Ist nichts zu planen gegangen. Ich hoffe, du hast Spaß, Daniel. Ja, die beste Soundkulisse... Die beste Soundkulisse, aber nicht den besten Soundtrack. Der beste Soundtrack ist eben auch Crazy Buzz. Ja, ich weiß, dass ich schlecht bin. Aber deswegen werde ich nicht aufhören zu spielen. Nur Hater in meinem Chat, also alles Hater. Knacks, knacks, knacks. Ich hätte das nicht kosten dürfen. Alle Wege führen nach Rom. Und ich bin Roman. Ich werde das nicht kostenlos schon. Ich werde das nicht kostenlos verstrecken. Ich habe das nicht klacket. Ich weiß, dass es nicht klappen wird, aber rein hypothetisch, wenn man sich da hochglitschen könnte. Ich gehe die Viecher jetzt nicht an, weil ich einfach... Das ist ja mein maximal Scheiße. Ich bin der PvE-Gott, Alter. Habt ihr gesehen, was ich mit eurem Kumpel gemacht habe? Geht's mich lieber nicht an. Oh Gott. Ja, nee. Schade. Das versuchen wir gleich nochmal. Du liebst es? Ja, ich glaube du liebst mich. Aber würdest du dich nicht schwul machen? Ja, ja, ich hab dich gehört. So, und wir versuchen dasselbe nochmal. Wir versuchen es immer und immer wieder. Nur dass du Bescheid weißt, Romain, gell. Ich muss in Sombat die ganzen VHS Kassetten schauen. Ja. Du hast aber zwei Bildschirme. Was ist deine Ausrede? Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich sitze jetzt die ganze Zeit da und schaue die ganzen VHS Kassetten und schaue nebenbei. In real schaust du ja. Cool. Das ist halt ohne Scheiß ein effektiver Zeitvertrag. Also du nutzt deinen Tag sehr gut und gehst nicht arbeiten. Finde ich gut. Das schaut einfach den ganzen Tag VHS zuhause im Krankenstand. Oh, da geht's auf. Ist eigentlich tot. Abgesinnt... Nein. Aber dieses Au 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 ist ein Death Sound in Doom. Nur eben ist dieser Sound hier unbearbeitet. Nur dass du Bescheid weißt von wegen Soundkulisse. Weil dieses Au 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 ist der... Fuck, von welchem Viech? Nicht vom Hell Knight. Egal. Es ist jedenfalls ein Death Sound in Doom. Ich kenne diesen Sound sehr gut. Es ist ein Jaguar und in Doom ist er einfach bearbeitet. Wenn ich jeden da runter kriege, wäre es natürlich für mich extrem cool. Weil da vorbeirennen wird schwer. Die verlieren ja nicht so schnell das Interesse an mir. So. Geh mich an. Aber nicht so. Scheiße. Ich will laden. Und wenn dahinter nur ein Baum ist mit Äpfeln. Alter. Das ist mein Weg und ich gehe diesen Weg. Das gibt immer den richtigen Winkel. Na bitte. Nein! Ich hätte nochmal hüpfen müssen. Also. Auf ein neues. Na bitte. Gamer. Das würde mich echt interessieren, ob die da hoch hüpfen können. Ich probiere es einfach mal. Mann. Geht es da weiter? Nein. Für mich jedenfalls nicht. Oh Gott. Da schaut aber so ein Land aus die Brücke. Gut. Schauen wir mal, ob das, was ich in meinem Kopf habe, auch realisierbar ist. So. Die müssen mich angehen. Kommen aber nicht hoch. Wie locke ich sie jetzt da nach unten? Oder zumindest da nach hinten. Ja ne, die gehen nicht so schnell weg. Aber jetzt wäre es so schön frei. Vielleicht hätte ich einfach warten müssen. Also. Wenn ich jetzt nämlich so Little Company Style an der Brücke entlang renne, am Geländer, dann könnten sie wieder runterfallen. Das ist nicht gut. Ich muss einfach den Circle abwarten, so wie in Mario 64. Nur, dass wir keinen TSA Speedrun machen, sondern einfach drei Stunden darauf warten, dass die Sterne richtig stehen. Weil die zwei gehen ja irgendwann da hin, habe ich gesehen. Dann ist... Vielleicht ist es aber auch random. Gibt es hier irgendwie einen Backlong Jump wie in Mario? JAHU! Okay, okay. Das wird nichts. Die hören mich. Ja. Vielleicht. War das nicht so bei Krokodilen, dass man nicht geradeaus, sondern in Zickzack rennt? Also, ich rede jetzt von Real Life. Ich glaube, ich habe mich einfach nur fettsoftlockt, aber dafür gibt es ja Speicherstände. Oh, Brücker. Oh, Brücker. Ah, kein Fall Damage in Water. Was ist da? Und da ist ein Wasserfall. Weißt du was? Gehen wir dem Wasserfall entlang. Oh Gott, ich habe Saufen. Was ist am Ende eines Wasserfalls? Der Tod. Ich weiß nicht. Ursprünglich wollte ich diese Pücke nehmen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass man einfach ins Wasser jumpen kann. Der Held schwimmt einfach gegen die Wasserfallströmung. Da sollte ich mir ein bisschen Luft holen. Okay, ja, die Maus steuert auch. Ja, okay, leichte Strömung ist vorhanden. Lechter raus. Alter, das Schwimmen. Nein. Mama, ich mache alles falsch. Ja, fast. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich sterbe. Wir schaffen das. Es muss ja nicht, es muss ja nicht so vorsichtig alles geschehen. Man kann ja auch viel eher abspringen, sag ich mal. Außer, ja, guck mich jetzt nicht. Ja doch. Ja doch. Ja, ha. Bitte, bitte, bitte. Bitte. In deinem eigenen Interesse erhol Luft, Mann. So. Ja. Ja. Nicht cool. Was zum Fick war das? Egal. Eier 3. Bitte keine Jaguar-Sounds. Jetzt geht es. Das war's für heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, ja, Mann! Nein, Mann! Zu seichtes Wasser, nicht tief genug. Aber was, wenn man jetzt an S drückt? Epischer Tod, danke. Epischer Tod ist episch. Ja, den Scheiß hätte ich mir erspart, wie ich Artist geblieben habe. Gut gemacht, Held. Aber man kann gar nicht den Riffen steuern. Okay, ja, da kommen sie gut, sie kommen da hoch, das hat meine Frage schon mal beantwortet. Was, wenn er mich angreift und ich springe in dem Moment, wo er jumpt weg? Ja, das ist unfair, Mann! Du musst doch einen Sound geben. Du bist ein NPC, jetzt sei doch fair. Ich glaube, ich muss dann wieder zurück, zum allerersten. Oh! Ja, aber die sind... Die sind ja nicht zu groß, also die würden da durchpassen, oder? Oh! Bitte, bitte lasst mich einfach nur am Leben! Oh! Fühlt so schnell. Oh! 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 Das war's für heute. Das Zeug ist so gekauft. Boah, der Move! Daniel hat sich gerade im Chat geoutet, das kann man jetzt leider nicht lesen. Aber da steht ganz fett in Großbuchstaben, dass er gerne eine Frau wäre. Sorry, dass sie gerne eine Frau ist. Wir haben dich lieb, Daniela. Auch cool, auch cool, auch cool. Daniel, wann spielst du die StarCraft 1 Story? Die können wir ja koopen, habe ich gesehen. Bitte, 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 bitte allen Schiezes, ich will das einfach nur schaffen. Ein paar Mal probiere ich es noch, dann suche ich einen anderen Weg. Und du willst, dass ich sterbe, und du willst, dass ich geh, Dass ich schon morgen diese Erde nicht mehr wieder seh. Könnt vielleicht nicht so sein, aber der Death Sound klingt auch sehr nach Stock Sound. Das klingt nicht so, als jetzt in Deutschland angesprochen. Wenn ich ein Spiel machen würde, dann wäre es genau umgekehrt wie in Wolfenstein. In Wolfenstein sind es Amerikaner, die schlecht Englisch, äh, die schlecht Deutsch sprechen. Ich würde einfach Deutsche nehmen, die scheiße Englisch sprechen. Bitte, bitte, lass mich da durchglitschen. Kann man, kann man nicht irgendwie... Fuck, wie duckt man? Ich schaff's, ich schaff's ohne da runter. Oh Gott, oh Gott. Oh scheiße. Oh boy, ich hab was Neues gefunden. Ich hätte vielleicht weiterrennen sollen und dann speichern, aber ich schau mir das jetzt auf jeden Fall an. Ja, Mann, genau, ich hab's, ich hab's genau verkackt, Alter. Weil ich immer speichern muss, Alter. Mann. Aber ich wusste doch, dass ich meine Neugier auszahlen würde. So wie damals, als ich Daniels Mama auf Yukon gefunden habe. Das Ding ist nur wahrscheinlich, selbst wenn ich's da hinschaffe, da will mich eh nur jeder töten. Also, wie ich das anschauen. Also, wie ich das anschauen. Ich werd' verrückt, Alter, ist das Oldschool. Hallo. Mann, ich dachte, das geht. Ich werd' ihn vielleicht sogar bekämpfen müssen, da das Ding ist, wenn ich nicht mal einen Wolfer legen kann. Ja, was, was ist los? Kannst du nicht klettern? Schwächling. Ich weiß, dass meine Mission ist, ins alte Lager gehen und dort Leute für meine Religion anschwatzen. Aber man kann ja mal einen Side-Trip machen, oder? Ja, ich weiß, was ich nicht. Ja, das läuft nicht wie Querschnittsgelähmter. Wäre toll, wenn der auch irgendwie runterfallen könnte. Sohn. mit kurz aussichtslos eine it habe ich aber danach lasst ich es auch Übermensch, Twitch Stream. Das blöde ist, ich habe seinen Namen vergessen, aber der von Aziga hat mich ja zu seinem Lager geführt. Und der war ursprünglich im alten Lager. Heißt, nicht nur, dass er dieselbe Quest hat wie ich, es heißt vor allem, dass ich wahrscheinlich eh zu Fuß hätte zurückfinden können. Ich habe ja auch zehn Jahre gebraucht, um zu wissen, wo Niklas wohnt, von daher Orientierung ist nicht so meins. Hallo. Was soll das Ganze, ha? Warum willst du immer nur dann schwimmen, wenn es dir passt? Bitte, Mann. Passt. Was soll das Ganze, 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 was soll das Ganze. Was soll das Ganze, 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 was soll das Ganze. Schade ist auch kurz aus als er ist irgendwie cool oder wichtig oder so, aber hier gibt es ja nicht mal irgendwas. Wir sehen uns schon wieder. Das war's. Aber der Typ, der mich zum Dinglager geführt hat, hat ja nur Lappen gefetzen müssen auf dem Weg dahin. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich habe eine bessere Idee. Ja, Mann. 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 Mann. Ja, 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 Mann. Hm. Was mach ich falsch? So. Nein, man kann ja gar nicht voll sein. Also, irgendwas müsste ich doch hier jetzt. Ja, okay. Dann habe ich es ja schon alles richtig gemacht, passt. Oh scheiße, Bruder, es wird dunkel. Dann gehe ich vielleicht auch wieder zurück zu denen. Zumindest nicht im Freien. Boah, das macht aber eh keinen Unterschied. Aber ich merke schon, ich renne immer wieder im Kreis. Wie in jedem Spiel. Hat er was denn Gutes, hat man mehr Konsens. Okay, okay. Ich habe meinen Bildschirm jetzt geneigt, in der Hoffnung, dass die Sonne nicht so hart nervt. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah. Ja, ich habe verschissen im Leben. Aber das war der Weg. Ich erinnere mich, dass er ganz oft kämpfen musste, wie er mir den Weg hierher gezeigt hat. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Wölfe kann man dodgen und die, die Kakao sagen, kann man fetzen. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Ich bin mir fast sicher, dass das richtig ist. Also das Ding ist, ich muss ja nicht die Wölfe, ich muss den ja nicht über die, ich muss ja nur diesen Weg folgen. Heißt ja nicht, dass ich draufbleiben muss. Mein Rücken! Ich hoffe, den Furz konnte man hören, der war nämlich sehr, sehr wichtig. Und er riecht nach Naturjoghurt. Das war mal ein Furz, ich ihn nicht haben wollte. Hübsch. Nein, 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 hast du gesehen? Ich war der Schatten der Schattenwolfs, Alter. Der hat nichts gesehen. Aber jetzt könnte es ein Def werden, hm? Da ist jemand hungrig, da hat jemand Gustav Held. Oh, genau hier waren wir vorher. Ist das alles schlecht? Ich bin so schlecht. Aber ich weiß ja jetzt, dass es auch eine andere Route gibt, ich weiß nur, dass die voll mit Wölfen ist. Aber das ist immerhin machbarer als das vorhin. Da bin ich vorhin neugierig, ja, neugierig reingesprungen, das weiß ich noch. Mann, man sieht ja gar nichts. Ja, huu. Auf ein neues. Wäre es nicht gescheit, da einfach schlafen zu gehen und dann vertrag das zu machen, weil ich tue mir echt schwer, wenn es dunkel ist. Na, das wäre lame. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon auf die coole Art und Weise. Wir machen das schon auf die coole Art und Weise. Das führt ja nur wieder zurück zur Sekte, also. Es ist nicht schade, hier zu sterben. Schade. Na, da bin ich doch vorhin auch schon hingerannt. Ja, okay, wir müssen diesen Weg nehmen dann. Ich lass nur... Ich lass... Ich hab's ja einmal fast geschafft. Da bin ich ja nur gestorben, weil ich stehen geblieben bin. Das ist die Brücke von vorhin, wo ich gemeint hab, dass die so cool ist. Ja, ist genau die. Ich wette, es gibt einen Skateboard-Mod. Das ist für kaufig, oder? Diese Animation bietet sich viel zarter für an. So. Wie krieg ich das am besten an? Ich hab ja gesehen, es geht. Man kann da durchlaufen, aber nicht stehen bleiben. Also ich mach dann 180. Ich renn durch, solange bis ich irgendeine Anzeichen von Zivilisation oder zumindest etwas, was ich noch nicht kennen sehe. Die Gorgas kann man fetzen, wenn sie alleine sind. Ich weiß ja auch wie. Und ich hab genug Essen, weil die Wölfe one-hitten tatsächlich nichts. Ist der Stream eigentlich eingefroren? Oder ist das nur am Handy so? Bitte sagen wir nicht, dass der Stream einfriert. Nee, nee, alles gut. Ja, nee, sah nur kurz so aus. Weil sonst hätten wir so einen Stream. Mit dem... Mit dem Reiner. Mit dem Reiner. Ja. Oh, das ist cool. Ganz ehrlich, ich muss warten bis hell wird, weil ich tue mir extrem schwer in der Nacht irgendwie. Also ich kann mich ja schon am Tag kaum orientieren. Nur das Ding ist, jetzt bis ins Lager rennen und dort irgendein Bett, das mir nicht gehört, schlafen. Oder den Zuschauer langweilen. Der du bist in dem Fall, also von daher ist die Wahl eh nicht so schwer. Aber so lang kann die Nacht auch gar nicht dauern. Es ist mir ehrlich egal, willst du Hilfe? Weil es ist nicht schwer. Wenn nicht, ich kann dir jetzt sagen, wo du hinläufst und du skippst quasi Stunden halt, ne? Ja, ne, danke. Nein, okay. Peak nach links. Ja, das ist mir klar. Diesen Weg habe ich ja schon erzemptet, Mann. Und ich habe doch gerade Nein gesagt, Mann. Ach, der Daniel. Wie gesagt, ich attempte weiter in den Weg mit den ganzen Wölfen. Wie gesagt. Von mir aus auch bei Nacht. Muss der Bildschirm sauber sein, dann sehe ich was. Ich habe dir, by the way, noch nichts gesagt. Also ich meine nur, es ist... Du hast gerade gesagt, bieg ab nach Dingsbums. Ja, ja, aber es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht. Du musst trotzdem... Du sollst mir nicht sagen, dass es mir nicht hilft, weil die Info hilft mir jetzt. Du sollst mir nicht. Du sollst mir nicht. Du sollst mir die Gefühle nicht vor. Du sollst mir ... Musik Da, diesen Weg hätte ich attempt, wenn er das mit links abbiegen würde. Problem ist nur, ich sehe da halt wirklich gar nichts. Aber ich versuch's einfach. Er hat's auf einen auch geschafft. Er... 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 Daran kann man sich voll gut orientieren, deswegen werde ich es nicht looten. Okay, jetzt hatte ich einen massiven Brainfart, Leute. Da kann man eigentlich auch Spörechen. Da kann man eigentlich auch Spörechen. Ich bin auch der größte Spacken, Alter. Wo geht es denn hier jetzt weiter? Okay, okay, okay. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ich glaube, Gott, gleich deine Mutter, Alter. Ab, Mann! Ich, ich... Ohne Scheiß, wenn die Fliegen da nicht wären, wirst du schon tot gewirrt. Alter. Ah, ich bin festgesteckt, sonst hätte es geklappt. Ich hätte da runterspringen können. Ah, ich bin festgesteckt. Mir egal, was da unten ist. Der Weg ist das Ziel. Ja, Daniel. Ja, Daniel. Insane. Ich weiß. Das ist doch so ein Witz. Ich weiß, wie ich das vorhin... Ah, ich weiß schon. Das ist so insane, Guys. Mann, ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Das ist doch so geil, Alter. Okay, ich sehe schon, dass ich da immer gegen denselben Felsen geahmt bin. Haben wir noch nichts? Ne. Loot. Das andere Mal nicht. Das ist ein guter Orientierungspunkt, weil das leuchtet. Also, es ist grün. Und als andere ist halt irgendwie schwarz. Mann, das ist erst wieder im Kreis gehen, wenn das so weitergeht. Weil... Ich würde nach rechts zerbiegen, in dem Fall. Okay. Ja, 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 hmm, ja, hmm. Man, da war ich doch auch schon. Ja, mhm. Ich hab's gerade an dieser halbgerinnerten Brücke erkannt, dass ich da auch schon war. Aber das ist mir egal, weil hier ist Zeit vergangen, heißt irgendwann wird's hell. Ich hab's gerade an dieser halbgerinnerten Brücke. Ich hab's gerade an dieser halbgerinnerten Brücke. Ich hab's gerade an dieser halbgerinnert Brücke aufgelistet. Das ist einfach nur ein Einlauf zum Löffeln, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, das frisst Akku eine Hände. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gott, Tier, Gamer Ich hoffe nur, dass ich nicht dann zum Schwert wechseln muss, aber Gott, Tier, Gamer, Alter. Das hilft sogar ein bisschen. Ich bin gar nicht hier, ich bin an einem schönen Ort. Ich bin in meinem alten Kinderzimmer und spiele Pinball 3D. Meine Mutter hat gerade Wurstflecker gekocht. Es ist Samstag. das läuft ein Sportsträger, das ist ein Sportsträger, das ist ein Plot-Twist. Jetzt hörst du, wo führt denn das hin? Ich weiß ja nicht, aber durch die Fackel wird einiges verständlicher. Ich glaube nur trotzdem, dass ich hier schon wieder in den Kreis renne, wenn ich diesen Weg folge. Ich weiß nicht warum, es ist einfach ein bisschen Pessimismus auch dabei. Aber ey, das schaut doch schon mal nett aus. Oder ist das einfach nur dieser Kacksumpf? Ist das einfach nur dieser Kacksumpf mit den Viechern? Na ne. Mann! Oder ist das jetzt, weil ich was Falsches gedrückt habe? Oder weil es zeitlich begrenzt ist? Das werde ich gleich herausfinden, weil ich gehe weiter. Na ne. Ne, man kann halt wirklich nicht steuern. Das würde ja Jahre dauern auf die Tour. Malzbeere. Ich loote euch gleich, meine Freunde. Zuerst muss ich wissen, wo es hier lang geht. Aha. Hier auf keinen Fall. Das... Die Blitze suggerieren böse. Oh Mann. Irgendwann scheiße ich mir heute noch in die Hose. Ich merke es eh. Genau wie gestern, oder? Ah, ein armer Kopf ist wichtiger. Als irgendwelche Hosen. Ich muss mich auf das einh elkaar verusplätze. Ich muss mir kommen mit mir Leute gucken. Oh Mann. Ich habe mich über eine Hose betrieben. Ich habe mich über ein Herz aufgerissen. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Oh Mann. Ich habe mich überrascht. Alles klar, was ein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe eine Fackel angezündet, ich glaube, ich bin einfach big brain insane. Der nächste Furz wird safe, auch ein Kakiwaki, ich spüre es schon. Gut, dass ich die unwichtige Ozan habe. Ins Wasser springen wir suboptimal mit Feuer. Kenne ich das schon? Wahrscheinlich, oder? Mann, das wollte ich aber nicht. Gibt es denn das, dass ich schon wieder da hin renne? Hätte ich einfach meinem ersten Instinkt folgen sollen? Wo ist Captain Einsicht, wenn man ihn gebraucht hätte? Und du willst, dass ich sterbe? Und du willst, dass ich gehe? Dass ich schon morgen diese Erde nicht mehr wiederseh'n... Obwohl, das will ich nicht überschreiben, das war cool. Das, da kann man überschreiben. Das ist schon morgen bei die Sterne... Tür Leiter Es tut sich was. Im Turm ist ein Eindringling. Er rettet die Prinzessin, weil er ziemlich spitz ist. Die Menschen sind schwach. Beim Arschloch Innos, da ist er nichts, Alter. Mann! Okay, alles gut. Es ist Gary's Mord einfach. Scheiße, Bruder, ich habe Quake 1 gefunden. Ah, spooky! Mr. Skeletal. Okay, bitte. Aha! Okay, das droppe ich dann da drinnen. Mann, genau jetzt, wo ich was gefunden habe, würde ich urgegern noch das Klo wachsen. Okay, so. Space. Gib ihm. Wie viel Leben kann ein Skelett bitte haben? Genug, um mich zu rohnen. Bin gleich wieder da. Ich mach Kaktivaki. Okay. Ty? Er hat Bruder. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 اءu, 2020 Puertoaderung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann man aber wieder als Nanny abspeichern. Wenn ich jetzt wieder so krass gut bin und einfach wieder den Baumstamm fängt an, dann steht mir ja nur noch dieses scheiß Tor im Wege, was wahrscheinlich an der Nacht liegen. Also ich nehme mal an, es ist nachts über geschlossen, so würde ich eine Stadt handeln. Alle gehen drauf um 8 Uhr zeitig schlafen. Hallo! Mann, die standen vorhin viel besser. Nicht groß. Okay, ein bisschen abwarten. Die können sich ja noch weg bewegen. Ich wollte hier ganz kurz was nachschauen. Das ist der schlechteste Stream. Jedes Mal in der Stream ist es der schlechteste. Wer hat mir eine E-Mail gespammed? Ich möchte bloß keinen Job. Bitte gibts mir keine Arbeit, gibts mir keinen Sinn im Leben, gibts mir kein Geld. Image vor 2 Stunden. Was war vor 2 Stunden? Wenn du nicht schauen willst, indem ich Twitch streame und du mir nebenbei verzögert zusehen musst, ja dann musst du halt offline gehen. Ich verstehe halt einfach nicht, warum ich meinen Stream versuch zu stören, während ich hier versuche mein Spiel zu spielen. Ich hab kein Wort von dir gehört und ich wills auch gar nicht hören. Drachenlord-Referenced, Bob. Du hast meine 5 Drachenlord-References im Stream auch nicht acknowledged, also halt den Maul. Drachenlord-Referenz. Nicht einmal Intentional. Nicht, dass er im Chat ich grüße Markus aus Buddeln schreibt oder so. Jetzt, Alter! Jetzt, Alter! Ätzeler fliegt sie raus. Es heißt Ätzeler, Daniel. Mann! Ich sollte gleich wirklich warten bis Tag ist. Aber es war urwitzig. Einfach, einfach Skeleton. Spookies. Der Skeleton appears. So. Uhuhuh, der Skill! Ich hab viel zu viel davon. Möchte wer was abhaben? Der Skill! Hahahaha! 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 Nein! Wie geht das überhaupt? Du hast doch schon Höheres überlebt. Allein die Leiterfrau hinten. Hahahaha! Ah, Twitch-Clip, please. Please Twitch-Clip. Please. Eine Minute einfach einen Twitch-Clip, please. Ah, was war das? Da hab ich so super in geschafft. Das war so ein Instant-Karma. Oh, no. Oh, no. Ja, ich bin Quakespieler. Wer möchte meine Pilos sehen? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Und dann. Und dann. Oh, no. Uuub! Auf! Okay, das ist schon mal Scheiße. Please, please, please. Oh, no. Speichern, Nani 2 Ah, das will ich nicht überschreiben, oder? Nani 2 So, vielleicht wenn ich einfach nur Reinslide, ohne Hüpfe Ja, Mann Alter, ich bin einfach der beste, stärkste Und anscheinend auch dümmste Was soll denn das? Oh, was soll ich denn das haben? Grüß Gott, ich hatte einen Termin Ich entdecke hier immer mehr Ah, schon wieder so ein Ding Ich entdecke hier immer mehr cooles Zeug Beziehungsweise ich war davor Nein Bloß, ich renne schon wieder im Kreis Das hätte ich doch vorhin gemerkt Hallo Daniel hat nicht hütend mit Daniels Nantiment Der muss lieber zum Reinsfarmen So, wie mache ich das jetzt am gescheitesten? Da gibt's ja anscheinend wirklich nichts, was dann bei Tieren Da gibt's ja anscheinend wirklich nichts, was dann bei Tieren Da gibt's ja nur echt nichts, was mir das bringt Wie kann man mit den Dudes reden? Sind das überhaupt Dudes? Atmen Dudes Das sind's nur Steine Die haben doch gerade geleuchtet Irgendwas wird man doch mit denen machen können Okay, ne Aber hier hingehen ist eigentlich ziemlich dumm, weil durch diesen Flaschenhals entkomme ich denen ja gar nicht mehr Also hier erst wieder Hm Jetzt wird's cool, das anzuzünden Es ist halt die Frage Würden die dann zum Leben erwachen? Dann bräuchte ich wieder die Skeleton-Fackel Das heißt, ich müsste den Spielstand nehmen und dann nochmal die Getränke erobern Was jetzt wirklich nicht so schwer war Weil die Skelette am E0-Aim Es hält wirklich cool herauszufinden Ich probier's einfach auf gut Glück Also ich speichere das jetzt erst einmal als Nanny 2 Jetzt geh ich zurück zum ersten Spooky Weil ich da noch eine Fackel in der Hand halte Oder Ich geh einfach zu Spooky 2 und zünde mir eine Fackel an Weil ich nicht wieder zurückkehren möchte Nur für scheiß Getränke Als wär's der Burger King Und dann Ich find's so witzig, dass das jedes Mal funktioniert So Ah ok, man kann die aufheben Das ist schonmal sehr gut Speichern Langsam gehen wir die Speicherstände aus Oh, das ist doch so Dann hier auf geht's Ich bin der Oh kie drauf, danke Ich war ja Ich war ja Ich war ja Wir haben ganz viele Alles Ich würde diese Tabletten nicht nehmen, die schadet meinen da. Der Held, Alter, kann nicht einmal durch Scheiß... Durch Scheiß Baumblätter, ne, naja. Toller Held ist das. Also wenigstens die Viecher mal weggelockt, das ist schön. Ja, 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 noch schon. Ich habe verstanden. Man, da möchte man doch gleich sein eigenes RPG machen mit einer Coalition, die der heutigen Zeit entspricht. Nein, ich dachte eigentlich an ein ganz anderes Game. Aber das Ding ist, ich mache die Games nie. Ich schreibe immer nur auf, wie sie ausschaut sollen, aber ich mache sie dann nie. Wir werden niemals Roman der Bärm 2 kriegen. Oder Roman der Bärm 3. Nicht mit diesem Tempo. Der Held gewappnet mit Blood Armor. Im Schutze der Nacht. Ungebracht. Ich wollte doch davor speichern, Mann. Uuuhhh. Uuuhhh. Uuhhh... Ja, ich wollte es gerade sagen, der Roman streamt halt gerade gothic und eigentlich schaue ich seinen Stream. Nur weil es der Twitch ist ja verzögert, immer um 3 Sekunden, deswegen bin ich gemutet und habe ihm halt nur zugesehen. Also, ich wollte nur sagen, das was du jetzt sagst, ist halt auch auf Twitch, aber es schaut eh keiner zu. Ja, der Daniel schaut halt zu. Der zählt eigentlich für 5 Leute. Weil das so gefesselt ist von meinem grandiosen Gameplay. Ah, schweig. Na, na, na. Äh, jetzt hat die Frage, macht ihr das was aus oder macht ihr das nichts aus, weil dann, wie gesagt, bleib ich jetzt wieder un-mute. Äh, wir reden halt. Ja, dann musst du mich halt aus der Saugmann kicken oder zumindest muten. Also, dass ich nix höre nicht. Achso, okay, ist das störend, ich kenne mich aus. Nein, 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 wenn's ernst stört. Achso. Ja, ja, ich weiß schon. Na, ist halt die Frage, macht ihr das was aus, dass das, was wir da reden, auf Twitch ist oder... Weil sonst kicke ich auch immer. Schauen wir mal so auf Twitch zu. Ja, ich weiß nicht, Daniel. Achso. Hast du Lust und Zeit, Daniels weiterzocken oder eher genett? Ich bin gerade, ich bin gerade der Zomber. Ich spiele das Spiel ja nebenbei die ganze Zeit. Also ich kann dich ja auch an den Servern hauen. So, ich kann das sehen. Es geht hauptsächlich nur um die Frage Twitch, ne. Hau mich einfach raus Daniel. Ja, spielst du weiter halt? Ich spiel weiter, ja. Ich hab grad den Spaß meines Lebens. Das ist schön, das ist schön. Hast du das Licht mit den Skeletten gesehen? Ich liebe Skelette Daniel. Na, passt eh. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst... Das melde ich. Ja, passt. Melde dich einfach und ich schau eh den Stream. Na gut. Okay. Tschau. So, kann man das anzünden? Was die Mühe wert? Ich bin dumm, da ist ja nichts drin zu anzünden. Ah, es sah aber so cool in meinem Kopf aus. Cool. Das heisst, ich bin nach wie vor nicht im alten Lager. Aber das macht ja nichts. Denn der Schläfer liebt all seine Kinder. Egal ob homosexuell oder hetero. Egal ob schwarz oder weiß. Egal ob Rollstuhl oder Triathlonläufer. Fahrer. Skier. Gott, äh, der Schläfer liebt alle seine Kinder. Das gibt es ja nicht, Alter. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Ich bin ein Schläfer. Ich bin immer noch der Meinung, hier irgendwas anzuzünden, damit die Viecher da einfach zum Leben erwachen, Quake-1-Style, also Quake-1-Expansion-Style. Das Schicksal wollte es nicht anders, ich werde mich wieder wo hoch... ...oder rennen. Ich habe einen richtig fetten Krampf in meinem Rücken. Ich weiß nicht, woher das resultiert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein jahrelanger Nihilismus, was die Ernährung angeht, langsam aber sicher die Spuren unterlassen hat. Jetzt gehe ich nach Wienental und töte die Krampf. Können die da hoch? Oh, da geht's weiter. Ja, natürlich können die da hoch. Was denn sonst, Alter? Was denn sonst, Alter? Oh, da wäre ein Trank. Okay. Der Hero macht gerade ein bisschen Blackface. Siehst du das da? Der Hero macht Blackface. Nein, das ist nicht auf Schatten. Manni. Manni, ich will nichts. Ich will mich heute nicht um 20 Uhr festlegen. Was könnte DJ Schwule wollen, was in der Webseite dich nicht sagen. Mann, hau... Alter Schwede! Ich hasse deine Eltern! Jetzt fliegst du raus, das schwöre ich euch. Manni, jetzt fällt mir wieder so viel ein im Bereich alte Games, was ich gerne kaufen und streamen würde. Das Problem ist nur, Kaufen ist mit Geld verbunden. Was geht eigentlich da drüben ab? Ich versuche mich zuerst ganz anders. Dann versuchen wir's nicht ganz anders. Da hab ich nicht hingeschaut. Du willst, dass ich sterbe und du willst, dass ich alle sich schon morgen all die Sterne da hab ich nicht gesehen. Man, Alter. Ja, fuck it, Alter. Da dachte ich Amerika. Da dachte ich Amerika. Da dachte ich Amerika. Da dachte ich, wir sind hier in Amerika. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hab das jetzt mal gemacht. Keimlichkeit. Der Held gegen die Fleischwanze geht unentschieden aus. Aha! Wieso hab ich das noch nie verwendet? Vielleicht kann man Wölfe nicht blocken und ich hab's aus Versehen schon mal verwendet. Also ich hab's schon mal verwendet, aber jetzt weiß ich auch wie ich's drücke. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Moment heißt das, ich kann eventuell die Skelette fetzen. Ich probier das jetzt mal kurz auf dem Spooky. Spooky 2. Jedes Mal. Jedes Mal will ich da abkürzen und jedes Mal überraschen mich den unsichtbaren Boden. So, jetzt hab ich da abkürzen und jetzt schon rausgeflogen. Du willst das nicht sterben. 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 Ja, man kann einmal blocken. Ist doch schon mal was. Ich hab zum ersten Mal den Gothic geblockt. Es ist ein Malmsturm, da kann man eigentlich schon aufhören. Also das war's mit meinem Gothic-Desplay. Gib mir 5 Sterne. Mann. Was ist hier los? Ach, da war eine Sternschnuppe. In welchem anderen Spiel hab ich schon mal eine Sternschnuppe gesehen? In der Skybox. Das war ja cool. Mir fällt legit kein Spiel an. Das hätte die GTA 5 zum Beispiel schon machen können, oder? Einfach mal zwölf Jahre später. Ich darf mir jetzt eigentlich was wünschen. Ich darf nur den Wunsch nicht laut sagen, sonst geht er nicht in Erfüllung. Aber ich kann's ja zumindest mein Switchführen sagen. Ich hab mir gewünscht, dass Daniel Hodenkrebs kriegt. In seinem Arsch. Ich hoffe, der Wunsch geht in Erfüllung. Das wünschte ich mir sehr. Loser. Ich will blocken. Ich will blocken. Warte, was passiert wenn man... So blockt man? Macht es in Unter... Nein. Es macht... Das eine ist halt... Von links nach rechts und von rechts nach links. Da muss man sich halt überlegen, was man machen will. Und das ist einfach... Ich weiß nicht, ob das Gameplay macht. Ich hoffe es mal. Dass das so ein bisschen Mountainblade-Erlemente kriegt. So, wir gehen den an. Hallo? Okay, nein. Was will man da blocken? Ich bin nicht so gut wie Edgy im Blocken. In Edgy, ich hoffe ich wäre, würde er alles blocken. Vor allem Frauen. Ich sehe schon Dinge, da ist keine Leute. Okay. Aber ich merke schon, ich verschwende hier mal wieder brutal meine Zeit. Weil was auch immer da drin sein soll, es ist nicht da so nach dem Sucher. Mann, das könnte auch die Minecraft-Grass-Textur sein. Ich erkenne die einzelnen Pixel. Das ist so schön. Was ist Anti-Analyzing, ha? Was ist Anti-Analyzing, ha? Kennen wir nicht hier bei... Gothic. Ich meine ohne Schuss. Ist doch toll. Wenn es doch nicht abgeschnitten wird. Ich will auch so ein Spiel machen, oder? Das spielt dann wieder kein Mensch. Deine Mom, Alter! So. 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 Okay, Alter. So. 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 haha das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, ich bin mir ziemlich sicher dass das hier nicht gut ist ja, ja, ja geht aber scheiße, du dummes Arschkind, ein Hurensohn, Gangster ist am Mikrofon, was willst du tun? ich bin ein echter Gangster Mann, das Schöne ist ja, wenn ich gothic Glück habe, kann ich endlich gothic shitposting machen mein erster gothic shitpost war nicht das wahre obwohl doch, mein zweiter gothic shitpost war nicht das wahre obwohl doch, mein zweiter gothic shitpost war nicht das wahre oh nein, da habe ich gesagt, da habe ich eh nichts verloren oh nein, da habe ich gesagt, da habe ich eh nichts verloren äh, ja, wenn ich mich bewegen will, fahre ich mit der Maus aber Kuh und Ehe machen es ja genauso, ich weiß nicht was besser ist, dass wir den raus sind da habe ich jetzt wirklich nicht hingeschaut ach, das bisschen kann man nicht spielen oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Loch oh Gott oh Gott oh Gott guck oh 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 Das war's. Ungläubiger. Ungläubiger, du hast cringe gepostet. Du wirst Abonnenten verlieren. Jetzt bin ich echt schon wieder so dumm. Nanny schläft unten. So, Nanny 3. Nicht Nanny 3. Spooky 2. Wir nehmen Spooky Trank. Wer ist Playstation 6 ein Wort? Wir speichern kurz davor und dann klappen wir diese Scamager. Einer nach der anderen. Ich schmeiß dem so die Brügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Geh ihm nichts. Deine Oma. Ja, dass die keinen Kuss auf mich kriegen. Oh, Mom. Oh, Mom. Und schon wieder. Ich habe echt keine Augen im Schädel. Ich habe keine Angst vor. Ich küsse immer schon. Oh, ich kann ihm was nicht kommen, oder was? Doch, ich kann nicht. Trau dich. Okay, ich weiß. Ich will die töten. Weil, Level Up. Oh, Mami Suppe. Ja, ne. Ich muss wieder mit der Taktik spielen, dass ich die an mich anlocke. Weil, das wäre jetzt einfach nur unnötiger Schaden. Also, was fressen wir? Oh, Gott. Bitte. Bitte ab. Oh, Mann. Ist das gay. Andererseits... Kann ich ja jetzt einfach durchgehen. Ich bin mir den Weg freigerankt. Was auch immer mir das nutzen würde. Ich weiß auf jeden Fall, das Land, wo Milch und Honig fließt, ist noch ein Stück entfernt. Alter Schwede. Hopp. Geht was. So, jetzt machen wir kurz, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber wir machen. Die macht das ja auch relativ leise. Okay, Metalleute, na doch nicht Metalleute, nicht gegen euch. Aber gegen die schon her, aber nicht zwei auf einmal bitte, da habe ich verschissen. Blablab, blablab, ich hebe ab. Ich muss was essen, ich muss was machen, störe mich nicht. Du bringst mich aus deinem Tag, ey, ich muss was essen, ich muss was machen. Ich hoffe nur, na doch, der sieht aus. Die haben jetzt halt den Freifahrtschein. Aber ich komme wieder. Ja. Mann, jetzt habe ich urviel von Daniel nicht gelesen. Roman, ich bin echt schon stolz auf dich, du hast es ins alte Lager geschafft. Ich habe alles gesehen. Ja, schön und gut, Daniel, aber ich habe einen neuen Path eingeschlagen. Ich möchte nicht mehr Leute von meiner Religion überzeugen, sondern Tiere davon, indem sie ihren Schöpfer begegnen. Hierher. Hierher. Bitte nicht beide, es sind beide. Na gut, das kann man überleben. Bei dreien will ich mir schon hart in die Hose machen. Oh, wie süß. Scavenger sind schwul, oder? Die sind immer zu zweit. Hierher. Ja, immer waffen sie zu zweit auf. Okay, der linke hat zuerst geschrien. Oh Mann, ich habe das ja wirklich nicht gehandelt. Aber der andere wird mich mindestens einmal kriegen. Oder? Nicht wenn ich draufhalte. Oh, ich halte nicht drauf. Ich halte nicht drauf. Bitte, bitte überlebt das. Bitte, Mann. Ja, Mann. Gib ihm. Deine Mom, Alter. So. Erstmal looten. Ah. Ja. Looten und leveln. Na bitte, ich habe mit neun Helf gestartet. Also, ich habe neun, dann habe ich drei gegessen, oder? Und jetzt habe ich zehn und esse drei. Also, es ist ein Net-Gain auf einmal rohes Fleisch. Sollte ich mich irren, bitte schreib's mir nicht. Don't burst my bubble. Ja, ich muss mehr essen, scheiße. Na ja, egal. Erfahrungspunkte. Na bitte. Ah, ich kann nicht speichern. Was soll denn das jetzt? Jetzt kann ich speichern. Hat das immer so einen Threshold, bis man wieder speichern darf. So fünf Sekunden. Würde Sinn machen. Moment. Sind die anderen Scavenger jetzt ungestört? Ich könnte auch den ganzen Tag Scavenger töten. Ist ja noch geiler als Wildschweine schlachten. Ah, ich möchte so ein Spiel machen, wo man nur Wildschweine tötet. Das wäre doch witzig, oder? Daniel, wenn ich so ein Spiel machen würde, würden wir das Koop spielen? Einfach nur ein Wildschwein-Töd-Simulator und ich mache eine MMO-Steuerung, weil ich weiß, wie man sowas programmiert tatsächlich. Also mir würde das auf jeden Fall zusagen. Ich habe eh gespeichert. Ich darf mich ein bisschen raustrauen. Oh Gott. Aber die Viecher hatte ich... Also ich habe fast mal einen Wolf getötet. Der hatte wirklich nur so ganz wenig Leben. Ich habe noch ein bisschen die Fackel-Partikel-Effekte hier. Feuer und Blitz. Avatar, Herr der Elemente, Alter. Witzte Bescheid. 2007. Nur... Ich weiß nicht. Habe ich gerade so viel Dominanz-Host gestrahlt, dass alle einfach wieder in die Bäume flüchten? Menschen. Alter, ist das alles cool. Es hat vielleicht 3 Stunden gedauert, aber endlich. Mann, ist das alles geschmitzig. Ich glaube, es wäre weniger witzig, wenn es schneller ginge. Und Butler. Aber ich kann denen das Essen wegessen. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben. Also zisch ab. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen. Und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Ach du Schande. Ich merke schon. Also erst einmal speichern, weil wenn ich die Truhe aufmache, gibt es wahrscheinlich Haue. Ein Becher. Was ist das? Kochlöffel? Von weiter weg schaut es aus wie die Half-Life-1-Scrober. Ja. Okay. Level abspeichern. Ich muss was essen. Ich hab dich gewarnt, die Drecks... Ja. Es war so klar. Noch einmal und du kannst was erleben. Noch einmal und du kannst was erleben. Jetzt überflickst du raus. Na, ich hab noch nicht... Ich hab noch nicht die Notwendigkeit, Leute auszurauben. Beziehungsweise eigentlich schon. Ich hab noch nicht den Skill, Leute auszurauben. Alter, es ist einfach mal das Eingangstor. Ich bin so happy gerade. Das fühlt sich so verdient an. Als hätte ich was Accomplishing im Game. Ich bin einfach jeden Weg gerannt, bis einer der Richtige war. Ausschlussverfahren. Trial and Error. Trial and Error. Ganz ehrlich... Ich möchte eigentlich... Obwohl... Schauen wir mal. Wen kann man hier konvertieren? Ich war ja schon mal hier. Aber ich bin trotzdem ein Niemand. Ein Puttler. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Das klingt echt depressiv. Aber... Das ist alles Blödsinn, den ich schon kenne. Außer wo finde ich. Vielmehr möchte ich sagen... Ding Dong. Hello, have you ever heard about Jesus? Wer ist hier der Boss? Gomez. Er lebt in der Burg. Ich weiß das aber schon. Also danke für die Auffrischung. Aber... Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Mhm. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Okay, gut. Gut, aber... Gomez ist nicht auserwählt. Ich erklär dir mal was. Nur durch Jesus erfährst du das Leben nach dem Tod. Wo finde ich Diego? Tagsüber steht ihr für gewöhnlich bei Torus, am Eingang zur Burg. Tagsüber, okay. Ein lang erwartetes Wiedersehen mit Diego. Wo finde ich... Ja, wie kann ich mich dem Lager anschließen? Ich bin nur ein Buddler. Wir haben hier gar nichts zu sagen. Du solltest mit den Gardisten oder mit den Schatten reden. Ja, aber da wird mir eben wieder das selbe. Wir sagen nämlich... Wir kaufen nichts. So, jetzt die Frage. Mal. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ah, ich kann Wasser holen für fünf Lebensenergie. Das ist... Der will mir Geld für Wasser chargen, Alter. Einem Wiener Wasser verkaufen ist ja mal die Höhe, Alter. Das kaufe ich sicher nicht. Ein Tipp. Leute mit dem Namen sind relevant. Andere Gruppen wie Butler oder Gardist haben immer dieselben Textzahlen. Na ja, das stimmt nur so Halbert. Sie haben sinngemäß dieselben Textzahlen, aber an und für sich war das schon ein anderer Dialog. Aber du hast schon recht, ja. Aber das... dazu muss man nicht mal Goffi kennen. Das macht einfach Sinn, wenn man solche Spieler spielt. Danke für den Tipp, Daniel. Mann! Mann! Mama! Jetzt aber. Ich hab eh kein Geld. Was willst du von mir, der Hurenbob? Ist das ein Name? Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber... So eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas ernst. Alter! Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Wo willst du uns? Wir helfen dir. Wenn du bei Ärger hast, sind wir da. Das ist ja cool. Soll das eine Drohung sein? Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Warum nicht? An wie viel Ärzt hast du gedacht? Das Ding ist... Sorry, ich hab gerade auf die Mundanimation von dem Dude da geschaut. Das Ding ist ja nur, ich möchte dem Arschloch keinen Erz geben, selbst wenn ich es hätte. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner? Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen? Ja, ich hab kein Geld, Alter. Hab ich 10 Erz? Ich schau mal, hab ich 10 Erz? Ich hab's mir überlegt. Ich würde doch gern die 10 Erz bezahlen. Na siehst du. Du kannst ja doch die richtige Entscheidung treffen. Von jetzt an zahlen wir schön brav täglich unsere Unterstützung, ja? Täglich? Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Das war nicht aufgemacht. Wir passen auf dich auf. Ich weiß, dass ich der Held bin und genau deswegen brauche ich kein Schutzgeld, Alter. Den Kuss habe ich aber gesehen, Jungs. Bitte, bitte, ein bisschen Desikretion. Holt euch doch ein fucking Zimmer. So, solange ich dem Typ nicht über den Weg laufe, kann er mich auch nicht um Erz verhangen. Ich bin ein sehr schneller Leser. Hey du! Raus hier! Glück gehabt! Der hat nur eine Keule. Den könnte man schon eher fetzen, als den Schwerttypen. Meins und meins. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist, aber auf jeden Fall etwas, was mir gehört. Ich habe kein Schloss. Wurscht. Ich will schlafen. Ich will, dass wieder Tag ist. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Klingt vernünftig. Ah, ich bringe die Fackeln. Tagsüber. Boah, richtig englisches Wetter. Nur die Sonne stört. So, ist Diego jetzt auf meinem Hauptzor oder nicht? Gott ist. Das sind auch die beiden Spacken von vorher. Nein, keine Zehne hat es losgeworden, Daniel. Ich habe ja nur den Dialog ausprobiert. Ich habe ja eh davor gespeichert und geladen. Hey du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Wie auf Stichwort. Jemand wie du hat hier... Wie auf Stichwort, Alter. ...und die... ...Sied den Gomez darum? Ja, nee, hau ab. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie auf Stichwort. Wie du meinst, Kleiner. Ja, ich brauche deine Freundschaft nicht. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ich brauche deine Scheiße nicht, Alter. Hätte ich doch bis zum Mittag schlafen sollen. Ist Diego ein Langschläfer? Hallo, Sly. Neu hier. Was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich wette, der ist größer. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Oh, ist ein Questgeber. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Meg. Was redest du mit mir? Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also, halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, leg ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Das steht da neben dem Buch. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Okay, cool. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Aha, okay. Er hat das Arena-Viertel übernommen. Okidoki, Smoky. Geschwunden der Gardist. Wenn ich Neck finde. Der Gardist könnte zum neuen Lager übergelaufen sein. Aha. Fletcher aus dem Arena-Viertel sollte ich... Fletcher aus dem Arena-Viertel sollte ich noch... Ok. Gut. Ich erkunde mal das Lager. Jetzt habe ich so lange nichts gesehen außer Wildnis. End... Endlich. Altes... Lager. Butler Butler... Kessel. Ich schau mir kurz die Kessel-Animation an. Ist das cool. Kann man... Kann man das vielleicht anziehen? Schick. Nur schade, dass ich nichts dafür will komme. Vielleicht ein Dankeschön, das hätte mir gereicht. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich halte mich da lieber aus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Immer wieder dieselben. Du hast recht. Wahrscheinlich hast du recht. Absolut. Hi. Ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du den Schuss fallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Hertz. Und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay. Okay, ich kann aber auch mit den 100 Hertz abhauen. Warum will er die Waffe nicht mehr verkaufen? Was soll denn da hin? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay. Hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Das Ding ist aber, das heißt, er hat keine Nahkampfwaffe. Wenn ich das richtig sehe, hat er nur einen Bogen. Ich habe aber keine Freunde im Lager. Aber ich könnte ja die 10 Hertz bezahlen, um der Freund von ihm einzuwerden. Und dann den Typen da alle machen. Das passiert mir nicht nochmal. Alter, das ist viel zu cool, dass er das möglich sein könnte. Breitschwert mit Ornamenten wieder. Hey, Mann. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Okay. Ah, du zeigst mir mal deine Ware. Auch wenn ich gerne Rüstung mal endlich hätte. Ich will ein Schwert kaufen, was mit Ornamenten wahrscheinlich... Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Hertz. Oh Mann, echt jetzt? Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Kann ich? Ganz kurz. Das ist ein separater Sp... Ich erstand ganz klar. Schwert... Für Sandler. Kann ich irgendwie nachschauen? Ja, das ist ja wirklich. Dingsbums. Ich will einfach nur eine Theorie ausprobieren. Ich gebe ihm das Schwert danach wahrscheinlich. Aber... Ganz kurz. Ich bin doch blind, oder? Ihr müsst doch irgendwo stehen, wieviel Erz ich habe. Und... Na, das ist ja Inventar. Und... Ich bin doch noch nicht da. Und... Wir müssen schon rein. Aber wer interessiert wird... Ja, danke Schriften. Verschiedenes Münze. Was auch immer die Münzen. 15 Münzen. Erzbrocken. Ich habe noch genau einen. Ich habe noch einen. Hm. Ich probier einfach mal was. Ich habe das Schwert für einen Sampler im Inventar, aber man könnte ja ein bisschen gemein spielen und vielleicht... Sonst habe ich nur Scheiße, okay. Sonst habe ich nur Scheiße. Dir fehlen 5 Stärke pro Mann. Naja, es wäre eh nur ein Test gewesen. Wahrscheinlich hätten mich dann alle anderen verhauen. Habe ich doch mal eine Quest erledigt, Alter. Und ich habe einen Freund gefunden im Lager, das ist auch wichtig. Es hat nur mal einfach das Elffache gekostet, von dem anderen. Aber dafür nur einmal. Fisk will jetzt 110 Erz für den Schwert. Ich kriege das Schwert nicht hier aus der 100... Ich habe dein Schwert. Fisk will jetzt 110 Erz für den... Aha, ganz kurz. So, sorry für das viele Speichern. Aber jetzt wird es interessant. Ich glaube, dann ist er mir aber nicht mehr willig, ein gutes Wort für mich anzulegen. Ne, Moment, das ist Quatsch. Dann habe ich wieder genauso viel Geld wie am Anfang. Nein, ich gebe ihm das Schwert einfach. Ich habe dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Na bitte. Nein, mach's gut. Danke schön. Hier habe ich schon einen Menschen, der sagt, Diego, der Held ist ein Baba-Typ. Niemals für Speichern entschuldigen. Okay, du Ohrenson. Ich entschuldige mich nicht mehr für Speichern. Mann, ich fühle mich so wohl in diesem Game. Ich kann es nicht erklären. Es ist diese Mischung aus Ungewissheit und Heimat. Irgendwie kommt mir alles so vor, als wüsste ich es schon. Und gleichzeitig weiß ich einfach nichts. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist dieses typische, man spielt ein Spiel aus dieser Zeit und dann denkt man an diese Zeit, auch wenn man dieses Spiel nie gespielt hat. Anders kann ich es nicht beschreiben. Machst du Feuer? Der redet nichts, oder? Der ist gerade am Saufen. Hallo. Red doch was mit mir. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es sich hier richtig gut leben. Und Ruhe kriegst du dein Herz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Achso, nein, das ist einfach nur ein Scammer. Könnt gleich in Ihnen das sein, Alter. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden. Selbst unter den Gardisten sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketti. Er leitet die Arena, bestimmt wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay, ich will das nochmal hören. Ich habe es zwar eingetragen, aber ich will das einfach nochmal verinnerlichen. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk und dann wird... Dankeschön. Pfanne. Schatten. Einfach nur ein Schatten. Er schaut sogar ziemlich hässlich aus. Na, wie steht's? Was genau, ob wir... Ja, aber jetzt weiß ich, die Schatten tragen immer diese Uniform. Jetzt weiß ich, wie die drei Schatten heißen, auch wenn ich's mir eh nicht merken werde. Und ich weiß, von einem der drei wichtigen Schatten habe ich schonmal Pluspunkte gesammelt. Das ist ja richtig... Das hat mehr Social Interaction als Sucking Honey Pop Toss Game. Das ist der Whistler, mit dem habe ich mich schon gut gestellt. Ja, mit dem rede ich dann vielleicht später. Obwohl, Quest is Quest, was kannst du mir sagen? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten zwei Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erd sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiterführt, um es den Rücken zu schuften. Nein, 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 das willst du nicht. Ich spreche aus Erfahrung, das willst du nicht. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du dann nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Er wirbt Leute wie mich an für diese Sekte. Also vielleicht bist du doch nicht so dick mit Melvin. Oder vielleicht ist die Sekte nicht so toll. Der Cyber Guard ist okay. Alter, was geht denn hier ab, hm? Na? In die Minen mit euch. Ein bisschen rakeln. Scheiß Arbeit, Sarah. Alles arbeitsscheue Bastarde. Da habe ich vorhin geschlafen, oder? Nein, Quatsch. Das Bett stand an der anderen Seite. Moment, ich bin ein Idiot. Ich kann doch mein ganzes Hab und Gut schon mal verkaufen, oder? So, ich habe ja vorhin das Ding geklaut, die, ähm... Ne? Was denn? Ich habe doch vorhin so einen Zopf geklaut, zum Beispiel. Eine Schüssel war das. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Okay. Zeig mir deine Ware. Ich such dir was aus. Ah, was kannst du mir verkaufen? Gib mal rohes Fleisch auf die Pfanne. Geh zur Pfanne und benutze sie einfach. Ja, eh so wie bei der Fackel auch, okay? Dann rede ich später mit dem. Ich habe mir eh schon gedacht, dass ich damit interagieren möchte. Ah, fuck, oh. Ja, sorry, ganz kurze Brainfahrt wieder, aber Mut zum Fick war die Pfanne da, oder? Wupp, wupp. Ich dachte, dass... Das war hier irgendwo eine Pfanne, Jungs. Aber von da komme ich, das heißt, die Pfanne war ganz in der Nähe. Ich halte mich gleich noch aus. So, doch, wenn du willst. Ich werde sie schon finden. Der letzte Scheiß. Der letzte Scheiß. Ich bin sicher, dass sie nicht hier war, ich habe sie in Erinnerung. An der Geschichte ist doch wohl was dran. Das könnte aber irgendwo... Vorne war mehr Haupttor, aber ja, warte einfach bis du sie wieder findest. Okay, dann gehst man, okay. Ja, weißt du eh, so mit Langzeitmemory habe ich es nicht. Gequatscht wird. Oh, was passiert? Ich habe das Schwert geschenkt. Oder in dem Fall verschenkt. So, da passiert wahrscheinlich nichts, oder? Nein, da ist sogar ein Gitter davor. Für neugierige Spieler. Solange ich nichts damit zu tun habe. Was auch ja, keiner reinhüpft. Und so endet mein Gothic. Let's play. Bitte läutet die Glocke. Da ist die Pfanne. Ja. Cool. Und jetzt genauso wie ich die Fackel angezündet habe, kann ich auch das Fleisch anzünden. Nehme ich an. Ich muss steuern. Wie? Neh. Ja warte, ich muss das zuerst ergriffen, das Fleisch. Jetzt habe ich nur mehr drei hohes Fleisch. Ah, ein neues Gesicht. Mann. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Ich brauche deine Hilfe nicht. Du bist neugierig und neu bekommen schnell Ärger. Mit deiner kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur zehn Erzmann, das ist nicht viel. Nur zehn Erzhalter. Ich bin ein Freund. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erst mal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen... Nein, nein danke. So Leute wie du verschleppen auf 16-jährige Mädchen, um Prostitution zu betreiben. Wir sehen uns später. Hau ab, Alter. Halt einmal. Wir sind keine Freunde, merkt ihr das? Jetzt habe ich nur noch drei rohes Fleisch. Dann müsste ich ja irgendwo... Ja, jetzt habe ich Schinken. Ist ja heftig, Alter. Warum lebt... Nein, Quatsch. Ich habe gebratenes Fleisch. Warum lebt der Goffi Kelt besser als ich? So. Auf ein neues. Das ist viel zu witzig. Es ist wie Minecraft, nur dass man jedes Fleischstück individuell braten muss. Und noch einmal. Und noch einmal. Ist ja wirklich... Ja, komm jetzt. Achso, hä? Ganz kurz. Jetzt habe ich kurz serviert. Ja? Nein! Jetzt habe ich es geessen. Und ich habe nicht abgespeichert. Komm, bitte. Ich habe es doch gerade so gut hingekriegt. So. Und da ist die Pfanne. Es gibt da und durch. Ich hoffe es nicht. Gerade ging es noch. Da, hohes Fleisch. Bitte. Habe ich sitzen. Mann! Ich... So. Gut, gut. Alles gut. Passt. Ich bin der King. Ich bin einfach der Goat von Goffi, Alter. Ich koche hier, ohne großartig nachzudenken zu müssen. Okay. Ich bin einfach heftig. Mächtig heftig. Und wie viel... Jetzt habe ich drei gebratenes Fleisch und ein Fleisch habe ich aus Versehen gegessen. Aber ganz ehrlich. Das ist verkraftbar. Habe ich schon eine Runde ums Lager ge... Nein, das ist ein anderes Tor. Das meintest du. Ist das das Haupttor? Und vorhin da ist wohl kein Haupttor? Es sieht auf jeden Fall alles sehr nach Tor aus. Könnte man gleich Fußball spielen, Alter. Ist das egal? Ah. Das Spiel hat mehr Zeug als FIFA. Ich glaube... Wahrscheinlich hast du recht, so viel Quatsch... Warum passiert das? Okay. Immer wieder dieselbe Leier. Aber? Vielleicht habe ich ja irgendwas zum Schloss knacken. Dietrich ging ja nicht, oder? Schwarzer Weißer, Sumpfkurt, Kochlöffel. Ah, ich will die Schüsseln verkaufen. Mit dem Kochlöffel die Truhe öffnen wir schon sehr. Das ist die Hintertür. Okay, ja, dann war die Pfanne nahe der Hintertür, nicht im Hauptturm. Oh, das gab zwei Pfannen. Oder ich bin völlig neben der Spur. Apropos neben der Spur. Ich habe doch schon mal eine Fleischwanze getötet. Mit einer Jammern. Ich bin so happy, ich bin so unglaublich happy, Alter. Jetzt bin ich unhappy, weil ich möchte dieser Leiter erklimmen. Ich glaube, hier war ich ganz am Anfang. Wie es aussieht, beherrschte dein Handwerk. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Oh, kann ich eine Leere machen. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erzlocker genommen. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ich würde mich selbst gerne mal an deiner Schmiede versuchen. Jo so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ich kann sie aber nicht bezahlen. Aber auf jeden Fall steht das auch noch auf meiner Liste, das Schmieden soll, die anderen. Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, ja. Ja, ja. Das ist wirklich... Der hält man dir also. Das ist wirklich... Gui. Hallo, Gui. Hallo. Hallo. Hm. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Oh. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Was spricht für das neue Lager? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Welche von den Hütten kann ich mir nehmen? Das höre ich dann, ja. Aber was kann das alte Lager... Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was. Und Rüstungen sind richtig teuer. Okay, Daniel, wir haben die Wahl zwischen Alkoholikern, Kiefern und Alkoholikern. Nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie die Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht rein. Ich hab genug gehört. Ich denke, ich hab genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Was kannst du mir was Neues erzählen? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen, wie das der Sekte. Ach was, stell dir vor, ich bin gerade dabei, Leute da hinzuholen. Während ich hier mich anschließen möchte, weißt du, ich mache so einen Double Cross. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach ist frei. Vordach, was ist ein Vordach? Kannst du mich da hinführen? Das wäre nett. Nein, kannst du nicht. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Vordach. Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach ist frei. Aber ich will jetzt sowieso nicht zu mir nach Hause. Ich will eigentlich nur Leute für meinen Gott. Nein, eigentlich möchte ich meine Scheiße verkaufen. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Cool. Mann, ich möchte mehr mit dem reden. Komm schon, ich will vorbei. Und was, wenn ich mich nicht bewege? Das ist wirklich nicht mein Problem. Der ist doch nicht wirklich skettig. Das ist das Arena-Viertel. Bisschen karg eingerichtet, eure Arena. Was auch immer es ist, es fehlt ganz klaren Features, Jungs. Da würde ich mehr Sachen hinstellen. Ich bin neu hier. Wer bist du? Hallo. Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Geh zur Seite. Ja, sonst was? Na los, verschwinde schon. Ja, ja, ist ja gut. Wahrscheinlich hast du recht. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Richtig. Ich will halt auf jeden Fall schon auch, dass sich die Sekte und das alte Lager einfach bekämpfen. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ja, nein, danke, nie wieder. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf das alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Danke schön, ich habe genug von euch Jesusfreaks. Das schaut auch witzig aus. Warte kurz, bevor ich... Bevor... Bevor ich da Blödsinn mache. Allgemeine Infos. Nein, nicht Händler. Sondern erfüllte Missionen, aktuelle Missionen, Aufnahme, alten Lager. Wistler unterstützt mich, wenn ich ein Schwert kaufe. War zufrieden, dass ich ihm ein Schwert gekauft habe. Wie hießen die anderen? Fisk? Wistler? Wistler, Burscht, der da scheint vielleicht irgendwie... Hallo. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfe aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Okay, es gibt fucking nochmal Arena-Kämpfe. Auch in Mountain Blade. Man kann wetten! Auch in Mountain Blade. Also in Mountain Blade kann man auf sich selbst wetten. Dann ist doch kein Fall. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen. Aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Trainierst du auch Kämpfer? Ja, schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Klar. Ja, nee, das habe ich noch einmal, oder? Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Du hast nicht genug Erz. Ja. Holy shit, Alter. Lass mich mal vorbei. Ja, ja, sofort. Sofort lasse ich dich vorbei. Oder? Alter, es bieten sich immer mehr und mehr Möglichkeiten. In diesem alten Lager. Ey, ich merke mir das nicht, Alter. In wievielten haben wir denn 16? Ähm. Zweiter Stream. Holy shit, Alter. Nicht nur, dass ich eine Quest erledigt habe, eine noch offen habe, dass ich hier Sympathie-Punkte sammeln muss, dass ich hier handeln kann, dass ich Schmied werden kann, dass ich Arena-Kämpfer werden kann. Nein, das alles auch noch, während ich schon längst in einem anderen Lager schon auch Bekanntheit habe. Es ist... Boah. Was ist Quake? Was ist Quake, Daniel? Wer ist dieser Quake überhaupt? Was kann der eigentlich? Lass uns lieber irgendwas an das sehen. Viel zu cool. Butler. Snuff. Mann, der schaut bis jetzt von allem am witzigsten aus. Vor allem die paar Polygone, die dir schürt sind. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff. Mit Reis und Pilze. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch drei Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. Fünf müssten reichen. Okay. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Fleischschotzen, Höllenpilze. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Aha. Er war ziemlich viel zufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Okay. Jetzt weiß ich schon mal, wo Neck ist, Alter. Ist das geil oder ist das geil? Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Mann, jetzt kriege ich auch Hunger. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der ungestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Alles sehr zentral, finde ich gut. Aber wie viel habe ich denn überhaupt schon davon? Also die Pilze habe ich doch schon genug, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Nicht verschiedenes. Ich brauche Nahrung. Ich habe mehr als genug Pilze. Vielleicht kann man das ja öfter machen. Und Wasser doch dreimal. Moment, wollt ihr rohes? Nein, nein, fuck, Alter. Ich habe absolut keine Memories. Reis. Cool. Aber was wollte er? Hallo? Ende. Fuck off. Ja, ja, okay. Geht das? Okay, schauen wir einfach ins Nutri-Fluch. Wir haben ja Plus-Clues. Das Nuff-Rezept. Alter, mussten die ihn Snuff nennen? Das Snuff-Rezept klingt sehr, sehr, sehr schlimm. Da könnte ich gebannt werden. Der Koch-Snuff. Fleisch-Schwanzen. Okay. Aber Pilze habe ich genug. Schauen wir mal. Ähm, Nahrung. Fleisch-Schwanzen-Ragout habe ich zwei. Aber das wird nicht gemeint sein, oder? Ich habe wieder hohe Fleisch-Schwanzen, nehme ich mal an. Auf jeden Fall heißt das jetzt Fleisch-Schwanzen töten. Das ist auch so eine Wild-Schwein-Aufgabe, sage ich mal. Fackeln habe ich noch. Da ist die Münze, die kriege ich... Manzen-Fleisch. Okay. Eigentlich muss ich nur zwei von den Mistviechern töten. Zweier. Dreier. Strein. Fleisch-Schwanzen. Die. Nur das Ding ist, der Typ hat doch eh nichts zu melden. Obwohl, er hat gemeint, wenn man guter Koch ist, macht man sich hier Freunde. Also vielleicht ist er ja was wert. verpiss dich willst einen moment allein sein kann ich verstehen ich halte mich im hintergrund alt was das für ein lappen ich dachte ich krieg jetzt voll aufs maul wenn ich ich dachte ich krieg jetzt voll ärger wenn ich verpiss dich sage verpiss dich willst einen moment allein alter ich dachte der geht mich jetzt an hey mann neu hier dich habe ich hier noch nie gesehen wenn du nichts dagegen hast komme ich ein stück mit du kannst sicher ein freund brauchen deswegen kann man verpiss dich sagen verpiss dich ist heute nicht so gut drauf was ich glaube ich komme mal besser mit sag mal wohin geht es eigentlich oder ist das eine überraschung für mich ich mag überraschungen der typ will mich vergewaltigen ich kann mir das nicht anders erklären alter in der sekunde wie ich in der sekunde wenn ich ja ich hätte gar nicht ansprechen dürfen aber ich will dass er mitkommt komm mit alter schweder der hat irgendwas mit meinem körper vor zuerst zu dem alter das ist bis jetzt der gefährlichste von allem also der der mir am meisten angst lass dich von mir nicht stören ich bleibe einfach bei dir keine sorge ja ich weiß ich weiß ich finde das ja toll man ich werde vergewaltigt ich habe einen brief für den obersten feuermagier ein magier hat ihn mir gegeben kurz bevor sie mich reingeworfen haben du kannst von glück sagen dass ich mich bei den magiern nicht mehr blicken lassen jeder andere wird dir mit freude für diesen brief die kehle durchschneiden die magier belohnen ihre boten immer sehr gut die meisten hier haben gar nichts verstehst du wenn ich die schnauze halten bis ich einen der magier treffe obwohl das in deiner lage nicht allzu wahrscheinlich magier sind in der burg im alten lager nur gomessleuten ist es erlaubt die burg zu betreten ist das schlimm okay was muss ich über diesen ort wissen wer ist gomess wie kann ich mich gomessleuten anschließen mal angenommen ich wollte mich an den leuten anschließen was müsste ich tun sag ihm diego schickt ich mach's gut du eigentlich keinen plan wo du hin willst suchst du ein stilles ich denke immer das spiel ist verpackt aber es ist einfach nur der typ der mich unterbricht ich habe den torus doch gerade irgendwo gesehen gelesen oder war ich will für gomess arbeiten ich will für gomess arbeiten und wieso glaubst du ist gomess daran interessiert dass du für ihn arbeitest ist die ultimative herausforderung ob du gecheckt hast wie gothic funktioniert was macht und mit leuten die einem am sack gehen aha aha i gotcha das das war mir eigentlich schon klar er schaut schmächtiger aus als jeder hier plus man kann verpiss dich sagen obwohl man ihn erst kennen lernt mir war schon klar dass das vielleicht ein leichterer gegner ist und spoil mich nicht du arsch diego sagt du entscheidest warum stellst du mich nicht auf die probe diego sagt du entscheidest wenn diego denkt du taugst was kann er sich auch mit dir umschlagen ich werde dir jetzt erklären wie das läuft diego wird dich auf die probe stellen wenn er denkt dass du gut genug bist werde ich dich zu gomess in die burg lassen was dann passiert liegt an dir kapiert hast du eigentlich keinen plan wo du hin willst suchst du ein stilles plätzchen alles wird gut wir machen uns einen schönen tag miteinander wir sind die besten freunde hier im lager immer nur bei mir bleiben und hier passiert nichts matt kaum wir gehen ein paar fleischwanzen jagen gemeinsam hey du bist doch der typ der hier im lager aufgenommen werden will und wenn es so wäre ich könnte dir dabei helfen und wie draußen vorm lager sitzen zwei typen rum von denen einer die erzbarone bestohlen hat es ist ein wertvolles amulett das mit dem letzten konvoi gekommen sein sollte einer von ihnen müsste das amulett noch haben wenn wir beide auf sie drauf gehen schaffen wir sie alleine kann ich nicht machen was sagst du ich wäre dabei aber zuerst möchte ich diesen vergewaltiger umbringen kein interesse mit der einstellung kommst du hier nicht weit sag mir bescheid falls du dir es doch noch überlegen solltest ja ich merke mir dich ich merke mir dich kann es sein dass trieb auf dem maulag pass auf wir machen uns einen schönen freundschaftlichen tag im wald oder bei einer alten hülle irgendwo wo uns keiner beim sex stört okay kumpel irgendwo wo ich keiner schreien hört weil wir werden so viel lachen dass wir würden alle aufhecken weißt doch freundchen am besten das macht richtig spaß mit dir schön dass du mich mitnimmst das können wir öfter mal machen und heute ist ja auch noch viel zeit ja ja wir haben noch recht viel zeit kumpel ich zeig dir hier alles also hier zum beispiel ist die brücke kennst du die schon ich möchte das nicht im beisein von menschen machen weißt du was scheiß drauf der ist es wert der ist die verbannung wert alter alter wieso renne ich so langsam okay nein das schaffen wir besser das schaffen wir galanter ich muss ihn irgendwo trappen kann es sein dass du pass auf pass auf ja kumpel wir merken uns diesen einen typen der mich vorhin angesprochen hat er heißt und wenn es so ich könnte und wie draußen vor einer von kein interesse bitte 1 ich zeig dir heute wie man fleischwanzen tötet ich muss ihn irgendwo hinkriegen wo ich ihn halt irgendwie in so ein würde es sich gut anbieten in einer alte hütte oder sowas muss ich ja sowieso hin wegen der fleischwanze muss ich ja sowieso hin wegen der fleischwanze mann dass sich der held nicht die hand verbrennt giga jet wie gut kannst du schwimmen kumpel vor allem der der mir nicht folgen soll macht es bis jetzt am allerbesten das macht richtig das macht richtig viel spaß zu mir gefallen und stell dich bitte wohin wo du eventuell nicht weg rein kannst du eventuell in mich rein rennst okay wie wärs mit dem stein da alter geht das also erst einmal ich könnte ihn aber auch den monstern aussetzen nicht so schüchtern ich habe mich schon ich will dich doch nur heiraten alle wege führen zum schau mal wie süß die sind spielen wir mit denen mich würde es jetzt aber auch interessieren was passiert also warte was passiert wenn man also vielleicht hat er Angst oder Dunkelheit würde mich auch interessieren Aldo Mann Oh Mann Oha Ja Ja Oh Die sind ein bisschen schneller als er Jetzt keine Pause in den Frames machen Jungs Alter Das wäre viel zu witzig gewesen gleich nochmal versuchen Willst du xp niemals Monster aussetzen Ja ok schön stimmt Tut mir leid dass ich auch ein bisschen an Comedy denke Aber du hast ja recht Ich habe mich schon richtig Warte kurz was hat er gesagt ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt Das kenne ich doch auch irgendwo her Naja egal Ich will nur nicht dass er wieder so schnell wegläuft Obwohl die Monster können ihn ja einmal hit Nein die machen wollen jetzt Und hör auf mir Tipps zu geben wie oft noch alter Und renn nicht weg Ich will den Finishing Glow Erfahren 0 Mann Macht es einen Unterschied ob ich Aha Ja Ging schon ein bisschen schneller so Sagen mal Matt Hast du schon jemals die Legende von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Ist das ein schwer Gibt es schwere und leichte Schläge? Ich muss jetzt wirklich auf den helftbaren schauen nachher Ich muss jetzt wirklich auf den helftbaren schauen nachher Ok Und wenn ich den hier mache Nein das macht keinen Unterschied ok Ich würde ihn auch gerne abwerfen mit irgendwas damit er nicht immer... Alter Ich würde ihn auch gerne abwerfen mit irgendwas damit er nicht immer... Alter... Aber ich will ja seine Erfahrung haben wir gesagt Ah wir könnten einen ganzen Stream machen wo wir einfach nur matt umbringen Auf lustige und lustige Weise Einmal kann er trinken Einmal Monster Einmal kann man ihn abwerfen Ich habe glaube ich nichts zum werfen Wegen... Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Fägel für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne Da haben sie mich eingebuchtet Ein Tierficker ist er also auch noch ok Mann Ich will den Typen immer und immer mehr umbringen Das ist ja echt witzig Alter Das Ding ist nur der folgt mir auf Schritt und Tritt Das heißt ich werfe daneben So... Er ist nicht nur ein Stocker er ist auch weniger wert als der Das ist genial Achso ich habe ihn schon umgebracht und er gibt null Erfahrung Oder wie verstehe ich das jetzt? Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Bitte, bitte Gib mir weniger Erfahrung als deine Fleischwanze Ich will das jetzt einfach einmal wissen Mann ich... Ich schlag auch überall daneben Bitte joke nicht Bitte stirb nicht ein Monster oder so Ich rette dich Wie alle nur ihn hinterher rennen Ich bin auch noch da Jungs Hihihihihi Aber ich weiß er outrunnt sie Das heißt Aha Ist halt die Frage bleibt er irgendwann stehen Nein Nein Oh Gott Vielleicht gibt es ihr Ärger Oder vielleicht hast du ihn im Lager auch Oh Oho Nein Nein Dachte schon Holt er sich jetzt Hilfe und die anderen können ihn auch nicht leiden? Okay gut er gibt eh null XP Dann kann ich ja die Sache eigentlich schon abhaken Außer er such dir zügig Hilfe Kriege ich Ärger? Das wäre witzig halt Aber spätestens hier müsste er ja schon was gesagt haben Seine Ausgabe will ich trotzdem nicht stecken Boah er ist halt ziemlich flink Aber ich mach es mir zur Lebensaufgabe Dass Matt nicht mehr lebt Halt! Was? Lass mich in Ruhe Bist du Alarm! Hihihihihihi Ja ok ich hoffe Ich habe verstanden Matt sucht Schutz bei seinen Brüdern Komm mit Matt Wir suchen uns einen noch schöneren Ort Irgendwas zum Küssen Da schau Matt Die sind schneller als du Wollen wir uns nicht hier hinschillen? Oh Das bietet sich aber sehr gut an Stuck Das bietet sich wahnsinnig gut an alter Mann ich habe ihn befreit Ich könnte ihn aber auch wenn er eh null xp gibt In dieser ewigen Hölle schmodern lassen Wo er einfach stuck ist Jetzt ist er nicht mehr stuck Wegen was haben sie dich eigentlich hier reinge... Ja schön Ich bin nicht Leroy Ich hör mir deine Zoo geschicht nicht an Mann Mit dem teureren Schwert ginge das jetzt leichter Jajaja Komm Das ist schon wieder eine neue Art wie er sterben kann Komm Matt Matt Komm Matt Wir sind die besten Freunde Wo gehst du hin? Wollen wir nicht den Tag miteinander verbringen? Ich denke du läufst im Kreis Matt Was ist los Matt? Kennst du dich hier nicht aus? Ich glaube du läufst im Kreis Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt Matt Ich bin ein bisschen schneller als er kommt mir vor Ich bin ein bisschen schneller als er kommt mir vor Nein Quatsch Ich muss springen Vielleicht bin ich dann schneller Will ich mir das nur ein? Ja doch man ist schneller wenn man springt Aber ja ne Das ist es Matt nicht wert oder? Ich verbringe jetzt eine Stunde damit Daniel Nur dass du bescheid warst Leute schaut mal wer da ist Da ist Matt Gibt Matt mal einen riesen Gruppenkuschel mir Riesenumarmung für Matt Dem Goat Leute Matt Ich glaube du musst ein bisschen mehr engagen Auf die Art wirst du nie Freunde gewinnen Matt Matt du musst doch ein bisschen offener sein Mit den Leuten connecten und so Nein Matt Nein Matt Matt Echt alle könntest du so gut schwimmen bitte Matt Alter Muss man da? Ich glaube daran Ich kann ihn etwas anziehen Das ist schlimmer als der Tod Nämlich eternally stuck sein Nein ich kann ihn nicht schieben Das ist ja voll für den Arsch Mit 7 kann man schieben Matt Mit 7 kann man schieben Matt Aber du kennst dich da eh gut aus Matt Oh scheisse Matt Jetzt bin ich ja Matt Alter Ok schauen wir mal was habe ich denn alles Ich habe ihn auch nicht mit der Keule geboxt Mann Genau jetzt wo ich die schwächere Waffe nehme ist der Stark Hehehehe ich kriege ihn mit dem Basel hin Oh Mann Kriege ich das noch einmal hin? Das einfach... Wenn ich ihn genauso wieder angehe Warte Mann Matt 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 Ich richte sie mit dem Basel zu Daily News Safe ist cool Der hat ja sogar Ne Waffe Werde ich doch Matt Sei mal Komm Matt Willst du für immer ein Streber bleiben Matt? Matt Warum schlägst du dich selbst? Lass mich raten zu looten hat er auch nichts Oh Er hat ein Centstück Er hat einfach mal einen Euro einstecken Daniel Döner geht auf mich heute Schau dir das an Er hat einfach eine Erzbrücke Was hat er denn noch? Was hat er denn noch? Ein Knüppel Und Er hat Wasser Danke dir Matt Du hast mir eine sehr große Hilfe Ich werde dich niemals vergessen Dich Und dein edles Opfer Aber Wenn ich Goffig durchspiele Dann ist es nur Matt zu verdanken Ohne sein Wasser hätte ich es nicht geschafft Dieses eine Erdstück macht den Unterschied zwischen Hungersnot und Wohlstand im alten Lager Und das alles haben wir nur einen Mann zu verdanken Barack Obama Er ist jetzt nur Noct gewesen Mann! Matt! Du lebst ja noch! Matt! Wie geht's dir Matt? Ich muss mit Matt sprechen Leute Das ist mein Homie hier Ich kann ihn doch nicht einfach ertrinken lassen Ist er D-Spawned? Alter du willst doch jetzt nicht sagen dass er nur Noct war Ich bin so schlecht Komm Matt wir schaffen das Hau ab man Matt gehört zu mir und ich werde schnell eifersüchtig Das muss einfach schnell gehen eigentlich So funktioniert das beim Menschen okay Achso! Ja ja! Deswegen gibt es hier Arena kämpfe Hättest du während er liegt mit dem Schwert nochmal steuern wehtritten mit Ja ja! Also das dachte ich mir eh schon Deswegen gibt es hier Arena kämpfe Da hat er gesagt, ähm... Dingsbums. Weil da hab ich mich eh schon gewundert. Einfach hingehen. Das war aber nicht matt, das war die Luft, Alter. Alter, der ist matt, der ist so matt wie der Lack an Niklas im Auto, Alter. Komm her. Ich treff hier jemanden, oder? Was willst du eigentlich von mir? Was willst du eigentlich von mir? Was willst du? Schleif dich! Hab Habara! Habara! Was willst du von mir? Habara! 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 Bitte! Habara! Der war eine größere Challenge als der Map, muss man sagen. Jetzt mal ohne Scheiß. Achso, warte, vielleicht muss der Name wieder auf... Ja, matt. Dann steigen wir. Nein, fuck, mit dem Schwert steigen wir. Alter, hör ab! Oder, was auch witzig wär ist... Ja, kann auch sein, dass er tot ist. Kann sein, vielleicht hab ich einmal zu viel draufgeklagt, vielleicht ist er tot. Aber was mir grad einfällt ist... Also ich denk mal... Ich denk mal, er ist tot. Ich meine, er liegt im Wasser. Aber sagen wir, er ist nicht tot. Dann heißt das ja nur, dass Matt ein Comeback feiern kann, damit er nochmal genockt wird. Ist halt die Frage, wie die anderen das dann auffassen. Schwer zu erkennen, ein Name muss aufpoppen. Ja, der Name ist vorhin aufgepoppt, das heißt er lebt, oder was? Der Name taucht jetzt gleich wieder auf. Aber immer wenn ich STRG W drücke, geht er ins Looten. Ich will ihn einfach nur töten. Heißt das, er ist tot. Weil hier Schwert. Kämpfer-Modus. Da ist... Da ist dann unser Name. Und dann... Alter, ist... Ja okay, das mit dem Wasser ist jetzt sehr ungünstiger Spot. Ja, kann sein. Weißt du was, ich scheiß komplett drauf. Wir werden sehr früh genug erfahren. Ich weiß nur, dieser Tag hat mich ganz schön matt gemacht, Alter. Und jetzt möchte ich auch wirklich gern schlafen. Und ich brauche nicht mal meine eigene Hütte. Wir haben ja gesehen, ich kann mich einfach in irgendein Bett legen, wenn ich Glück habe, dass es keinem auffällt. Hallo! Und dann verbringen wir den ganzen Tag damit Fleisch-Schwanzen zu töten. Fleisch-Schwanzen, Pilze habe ich genug. Dann ist der Koch gut mit mir. Verlassene Hütten. Gibt es hier leider keine. Fleisch-Schwanzen. Ja, ich gehe davon aus, dass er trunken ist. So. Hallo, Boys. Wir lernen aber gar nicht. Habt ihr von Matt gehört? Kann schon sein. Leute, Leute, ich suche meinen Homie. Ich glaube kaum. Grüß Matt. Na wirklich, Matt hat es mit der ersten Zeile geschafft unsympathisch zu werden. Das ist... Gott, ihr Reit-Dinge hier in Gothic. Was wollte der nochmal von mir? Ender. Hab ich mich schon... Nein, mit dem hab ich ihn hier nicht gut gestellt. Aber es wird auch im Notizbuch stehen. Gilt das als Lehrer? Achso, dein Lehrer ist der Arenameister. Okay. Leute, ich brauch Schatten. Too long, didn't read. Okay. Ach. Das weiß ich ja noch alles. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht die Nacht im Freien verbringen, das ist alles. Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Sehr schön. Wenigstens einer. Wenigstens einer, der mich versteht. Liegt bei der Polizei ein gutes Wort bei mir, ein Emma. Wow, was ist denn hier los? Hey Leute, was soll das hier? Pride Month? W marque ist ein Buch und Schlagier. Ja, wer kommt drauf? Wie ist denn auf? Ach ne Quatsch, da ist ja kein Händler. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Und was soll ich da machen? Hier, tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Aber das habe ich schon. Calom ist einer der Gurus, das heißt er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Das ist ja mal auf jeden Fall witzig. So langsam bin ich am überlegen, ob es vielleicht ein Fehler war, diesem Typen das Schwer zu geben. Weil dann könnte ich aus Calom ganz schnell Chi-Bab-Chi-Chi machen. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Jego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Heftig, heftig. Oh, ich kann den Vorschuss verlangen. Ganz ehrlich, das mache ich irgendwann. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Oder kann ich im Nachhinein hoffen. Aber Mann, ich kann im Nachhinein den Vorschuss nicht verlangen. Scheiße. Was ist Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Da kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ja, ja, ich weiß, wovon ich rede. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Ernst. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Alter, nein! Daniel! Daniel! Der hat einfach Ofen! What? Und wieso kann man Erz kaufen? Achso, Erzbrocken. Genau. Das ist viel zu witzig alles. Ich kann mir ohne Scheißhacking nochmal Mary Jane holen. Das ist doch nicht wahr. Und das Spiel kappt gerade ab, oder? Alles gut? Spiel? Okay. Wenn die Ruckler nicht aufhören, muss ich neu starten. Erst einmal speichern. Ah, man kann einfach verfickt nochmal Ofen kaufen, Daniel. Jetzt weiß ich, ob das ein Kaffee gefällt bis dahinter. Ja, das muss ich auswaschen bevor es eh gehaft wird. Das stinkt ja jetzt schon. Das muss heute gewaschen werden. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Ja, dann gibt's heute Chicken Nuggets oder Linsen. Passt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich muss was essen. Ich muss was machen. Ich störe mich nicht. Ich denkst du nicht aus, wenn du mal sagst. Hey. Was passiert mir? Schatten. Fahne. Nein, aber wen interessiert das? Ich darf ihn noch an. Hey du! Nein. Da hast du noch mal Glück gehabt. Der letzte Scheiß. Dann ist das schon mal gehört. Aber wen interessiert das? Garadisten. Torwachen. Das ist das die Hintertür. Ist da mit der umgefallene Turm gemeint? Ich sehe nämlich... Ach so. Ach so. Ach so, ach so. Na gut. Ich möchte ungern draußen bleiben, wenn's jetzt stockfinster ist, gah? Ihr seid einfach die Torwachen. Ich würde jetzt so gerne sagen, Omi, Suppe. Wie viele Zöpfe ich mal hatte. Jetzt habe ich noch einen. Omi, Suppe. Den Versuch was wert. Ich hatte auch ewig kein Schnitzel mehr, aber bestellen lohnt sich einfach nicht. Ich werde einfach eine Dose Linsen öffnen und gut isst, da muss ich nicht kochen. Schlafstein, Butler, mit dem man schon dreht. Butler, Butler. Kann Werner heute die Kotze nicht stecken. Das läuft nicht wie Querschnittsgelähmter. Der muss doch irgendwo einer sein, der nicht Pfanne heißt, Alter. Schinken. Mein Schinken. Ruhe. Irgendwann lerne ich was aufzumachen. Ruhe. Becher. Kann man drauf sitzen nehme ich an, da ist wieder ein Bett. Woher ist das so? Ich kann mir das so. Ich kann mir das so. Ich muss irgendwann mal den ganzen Scheiß verkaufen. Wozu brauche ich denn zwei Becher? Da ist wieder eine Schüssel. Kiste. Stimmt, ich wollte meinen Scheiß so viel haben hochladen. Das war's was ich heute tun wollte. Der Tag ist noch jung. Schinken. Ist die Truhe verschlossen? Die schaut nicht verschlossen aus. Oh, da ist gar nichts drinnen. Ich muss was essen. Ich muss was machen. Stör dich nicht. Du bringst mich aus dem Takt. Ey, ich muss was essen. Ich muss mal kacken. Ich bin jetzt vorne. Jetzt schau ich erstmal vorne. Das schaut so aus, als hätte ich es nicht machen dürfen. Oh. Marta, ist das vielleicht? Also erstmal wieder zu bitte. Geht das nicht zu? Hallo. Jetzt ist zu. Und es ist stockfinster, da hätte ich vielleicht mit Fackel reingehen sollen. Der letzte Schein. Ist das das Vortag von dem die Rede war? Ist das vielleicht mein Ding? Und deswegen habe ich die Kontrolle über die Tür? Und was ist das überhaupt? Ich will auf jeden Fall hier pennen. Es ist hier sehr kurz. Ich will auf jeden Fall hier pennen. Es ist hier sehr kurz hier. In seiner Hand will ich trotzdem nicht stecken. Es gibt einfach kein Bett. Was ist denn das für ein Kackladen hier? Kann schon sein, aber wen interessiert werden? Was ist denn das für ein Kackladen hier? Ich will nicht. Ich will nicht. Ohne Scheiße, siehst du, das kann man da draufsetzen. War doch klar, dass es nicht einmal gibt. Ja, man kann sich hinsetzen. Das ist doch ein perfekter Screen, um kurz Pipi zu machen, Alter. Alter, bietet sich das gut an für den B. Redback. Kann schon sein, aber wen interessiert werden? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist eine Geschichte, muss da wohl was dran sein. Verlass uns lieber noch was dran sein. Und die eine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Und die eine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Immer wieder dieselbe Leier. Lass uns lieber noch was anrufen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Die Tür wäre des Konzesses gelassen. Ich höre nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Okay. Sieht aus, als würde er schon in was reingezogen. Oder er hat sich was reingezogen. Gib dir das mal, Daniel. Heftig, heftig. Ewig gefangen. Okay, war verrückt. Auch soll er leben. Wahrscheinlich hast du recht. Ich lasse ihn hochleben, wie ein... Wolkenkratz. Ach was. Ich lasse ihn hochleben, wie ein Turmbesitzer. Wie ein Turmvermieter. Also lasst mich hochleben, als würde er Turmvermieten. Ach, das ist scheiße. Jetzt bin ich aufgeschrieben. Ich werde wieder dasselbe haben, ne? Na ja. Also, ja, es ist sinngemäß dasselbe. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Wenn du Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles. Außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Aha, aber der eine Typ wollte mir ein Stück von Grahams Karte verkaufen, weiß ich noch. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Wo finde ich, weiß ich schon, wie kann ich mich tun, aber alter, hast du schon. Ich will immer Escape drücken. Das erste Mal speichern, nicht dass ich wieder durch irgendwie so einen dummen Sprung sterbe. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn hier los? Ich würde wirklich gerne mit dir Pirate Swagings at Night spielen, Daniel. Ich weiß nicht, wenn ich das Spiel so sehr erinnere, ist es für mich automatisch an das Spiel, aber egal. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Keiner darf in die Burg, der nicht schwul ist, verstehe ich. Mann. Mama. Na, geht nicht. Halt! Was ist denn? Ja, ich weiß. Die Burg darf nur... Bist du taub? Noch ein Schritt und du bist Futter für die Würmer. Boah, die kennen mich zu gut. Ja, er will mich nicht in der fremden Mitte sehen, ich weiß. Deswegen riskiere ich es einfach mal und schlafe. Ich lege mich hin. Man kann bis zu Mitternacht schlafen, Alter. Das Spiel kennt mich. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Hey, du... Ja, Snuff, für dich erledige ich auf jeden Fall gerne die Koch-Quest. Alter, ich werde einfach Gardist und Schatten und Koch und Schmied und Arena-Kämpfer und König und der Typ, der Matt verschwinden hat lassen. Ich werde einfach alles und noch mehr. Das ist die Arena, das ist schon ja hübsch aus, Alter. Nicht zu groß, nicht zu klein, es könnte man schon zahlen. Erst mal ab, dann. Nicht zu heiß gegangen. Nicht zu heiß gegangen. Nicht zu heiß gegangen. Erst mal ab. Nicht zu heiß gegangen. Nicht zu heiß gegangen. Nicht zu heiß gegangen. Wenn ich daran denke, dass ich den bezahlen könnte, wenn ich das und das gemacht hätte... Ah... Hätte, hätte Fahrrad gewonnen. Weiter geht's. Kann man sich hinsetzen in einem Butler? Danke. Kein, danke. Ja. 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 Wahrscheinlich hast du recht. Erst mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Wie es gekonnt hat mich da lieber raus. Ja. 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 Da ist doch was richtig cool. Wenn die immer nur dann essen, wenn sie nicht genügend Leben haben und das sie geschehen müssen. Und dann wüsste man's. Und dann könnte uns hier spüren. Der letzte Scheiß. Ich dachte. Ja. Das. Sozusagen, dass sie immer leben generiert müssen. Aber... Trotzdem, selbst dann würde ich hier keine Kills machen. Das habe ich auch noch nicht vor... Habe ich mit? Ja doch. Ich hab doch schon mit ihm geredet. Ich glaube, man kann das wirklich ansprechen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabel der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Pass auf, wir machen das so. Ich gebe dir meinen Lebenslauf. Du schickst es deinem Schatten und dem Schläfer. Und wenn der Schläfer sagt, ja, den wollen wir. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Pass auf, hier ist mein Lebenslauf mit Farbbild. Ich gebe ihm meine Bankdaten und schauen wir weiter. Klingt, als wäre der Schläfer ein ziemlich labernder Chef. Lass mich vorbei! Ich sehe keine 10 Erzmann. Komm wieder, wenn du 10 Erz hast. Mir war klar, dass ich keine 10 Erz habe. Ich wollte nur ein bisschen was versuchen, wenn man es macht. Ich glaube, ich habe ein Erz, oder? Nein, 2 könnte ich haben. Der Dingsbums, dem Dingsbums habe ich ja einen Erzbrocken abgenommen. Ein Erzbrocken. Aber da steht 7. Achso, das hat einen Wert von 1, verstehe. Aber ist das der individuelle Wert eines Brocken? Weil dann hätte ich ja 7 Erzbrocken können. Ah, fuck it. Ich weiß, ich habe nicht genug und ich will ihm auch keine 10 Erz für nichts geben. Schon gar nicht täglich. Aber das wäre auch witzig, wenn er dann jeden Tag vor mir steht und sagt Schutzgeld. Und dann sagt er, Roman, Bus bauen. Alter, ich muss mir einfach irgendein heißes Weib suchen und dann sagen, ja, ich falle in Ihren Schutzgeld. Nur bis jetzt habe ich in Kaufweg nur Züten gesehen. Leute, seht ihr nicht irgendwie hier einen kleinen Personalfehler? Schon aufgefallen, dass wir euch nicht fortführen schmolzen? Hallo? Gut, ich denke, jetzt habe ich mit jedem geredet. Ich könnte jetzt neue Lager aufbrechen, dann die Quest machen, nämlich diesen Keck finden, oder wie auch immer hieß. Ich kann natürlich auch noch zwei... Ich hatte sogar eine scheiß Wanze gefunden, Mann. Wenn ich zwei Wanze finde, dann habe ich praktisch alles, was ich für den Koch brauche. Und da war eine. Die war nur so schlau und ist in die Hütte geflohen. Das ist alles viel zu witzig. Ich höre nicht mehr auf das Gefasen. Ich muss dann auf jeden Fall Platz auf meiner Festplatte freimachen. Mir fallen nämlich so viele Spiele an Singleplayer-Spiele vor allem, die man streamen könnte. Weil ich denke, da lagts ein bisschen bei mir. Ich denke, da habe ich noch... ...ultra-Kill wird auf jeden Fall noch gestreamt. Vielleicht... ...aber nein... ...das hat keinen... ...ja... ...statt allem wir keinen Bock drauf haben... ...das zu spielen. ...das zu spielen. Das ist der Ungefallene-Zurm, oder? Das ist der Ungefallene-Zurm, oder? Ich habe nichts zum Looten. Abse... Immer wieder diese... ...butler, butler... Das passiert mir nicht nochmal. Gothic zu sehen macht mehr... Gothic zu sehen macht mehr Spaß. Ich liebe es, dass du Gothic spielst. Danke, Exalted Bot. Nein, ich habe jetzt... Also natürlich werde ich Gothic auch fertig streamen. Also ich meinte jetzt, dass dir Ultrakill zum Spielen nicht Spaß macht. Weil du selber habe gemeint, alte und Retro-FPS, dass du in denen scheiße bist. Und ich habe dich eh schon tausendmal auf Ultrakill angesprochen. Und du meintest auch, dass du keinen Bock drauf hast. Das war gemeint. Den Ultrakill-Stream mache ich, weil ich Ultrakill wieder spielen will. Wie sehr liebst du es mir bei Gothic zuzuschauen? Dann kannst du mir vielleicht ein Tausender toneten und ich halte meine Füße in die Kamera. Spaß. Aber ich tonete mir selber mal ein Brot. Oder? Oder? Nein, nein, nein! Dann kannst du mir einfach... Man darf auch nicht alles glauben, was man... Du musst eben aufpassen, was man rum erzählt. Lass uns lieber über was anderes reden. Du musst eben aufpassen, was man rum erzählt. Solange ich damit nichts zu tun habe... Du musst uns lieber über was anderes reden. Daniel, jetzt brauche ich deine volle Aufmerksamkeit für eine Sekunde. Ist mal ne Wurst, Bruder. Siehst du? Ich bin schon der Über-Gophic-Nerd. Trotzdem hätte ich sie lieber gekocht. Ich lege die Dinge in den Ofen. Ich bin der einzige Mensch, der Frankfurt in den Ofen legt. Aber das schmeckt genauso wieder, als würde man sie grillen. Du hast ja meinen Grill gesehen, der ist weggemittelt. Okay. Aber man könnte ja irgendwen fragen, wie es ins neue Lager geht. Ist ja ein toller Cliff. Den habe ich noch nicht gesprochen. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Okay, cool. Ich würde wahnsinnig gerne lernen, wie man die Kisten aufmacht. Die von dieser Stelle aufmacht. Ich habe da schon eine Fleischwanze und die ist ja vorabgehauen. Es ist so gäh. Ich pinkel da jetzt rein und jetzt geht's weiter. Geht's dir gut, Bruder? Nehme eine Burst. Nehme eine Burst. Warum liegt da eine Burst, Bruder? Aber warum pass ich daran was hin? Wenn du meinst. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, rück dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Jetzt habe ich eine Salzwürste gemacht. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob das noch essbar ist. Aber selbstschuld. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Also ich persönlich hätte lieber Stärke, aber geschickt hat er mit Handel, äh, mit Liebesgut zu tun. Das habe ich nicht gelesen. Deine erste Karte. Ah ja, danke, Uwo, die auch Geschicklichkeit erlernt. Alter Schwede, ich lerne richtig. Ich kann dir nichts beibringen, du hast nicht genug Erfahrung. Ich kann dir nichts beibringen, du hast nicht genug Erfahrung. Ich kann dir nichts beibringen, du hast nicht genug Erfahrung. Achso, die Lernpunkte gelten für alles. Ich kann dir nichts beibringen, du hast nicht genug Erfahrung. Jetzt habe ich nur auf Geschicklichkeit geskillt oder was? Naja, was heißt drum? Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder, es gibt viel zu lernen. Ich hatte eher relativ viele Lernpunkte. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit auf Rot war. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Oh, du hast viel gespammt, ja. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Stärke, nein, 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 du lernst nichts. Stärke, Geschick ist Bogen. Stärke ist Schwert. Ja, ja, das habe ich auch überrissen gerade. Weißt du was? Ich schaue, wann ich zuletzt gespeichert habe. Also erst einmal raus, ja. Mach's gut. Der eine wollte halt, dass ich ein krasser Dieb werde und dafür braucht man... Na, ist ja egal. Das ist echt mein letzter Speicherstand? Na, wurscht. Das ist es mir wert. Also zurück dahin. Mann, jetzt habe ich erst wieder nichts. Daniel, bestell mir sofort 10.000 Wanzen. Fleischwanzen, bitte. Ich habe Hunger. Ja, einfach ganz viele Fleischwanzen. So. Das wird jetzt nicht so lange dauern. Wir wissen ja jetzt schon viel mehr. Also siehst du jetzt, wo ich mit einem zweiten Bildschirm brauche, was mit dem Handy ist, nicht praktisch. Hey, du. Alter. Ja. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Alter, gleich habe ich tausend Stärke und drehe den Arsch. Hey, du. Ich bin ein kluges Kerlchen. Ich bin ein kluges Kerlchen. Ja. Ja, ich denke halt, mit Null geschickt werde ich auch keine Schuss- äh Schuss- äh Schuss- Du weißt schon, keine Range Attack haben, aber ich hätte auch primär gesagt, dass ich mein Schwert verbessern will, also da stimme ich dir eh zu. Ich dachte, ich habe mich verlesen oder ich habe zu wenig gelesen, ich dachte, es gibt separat Punkte für Dinge, aber Lernpunkte sind Lernpunkte, sind Stammzellen, das weiß ich Bescheid. Ich dachte schon, da heißt einer Leiter, ich bin so behindert, Alter. Ich muss was essen. Ich störe mich nicht. Besser auch, Alter. Aber wo habe ich denn vorhin gepickt? Mir kommt es so vor, als hätte ich... Hey du, kluge Kerlchen. Ja, ich bin ein ganz kluge Kerlchen. Meine Fresser. Mann, ich habe so viele Ideen mit dem Boysland schon. Ich werde dann richtig... Ich vielleicht... Ja, ich bin tot. Vielleicht mache ich einen separaten Ohrschlochkanal, Ohrschloch 5.0 Und da gibt es dann nur Gothic Boyslands, also Gothic Jutsu Poop. Gothic Edits. Einfach alles, was hartverwandt ist. Was noch viel cooler wäre, wäre natürlich... Sex mit deiner Mutter. Und neun Monate hinterher kann ich ja dann Sex mit deiner Schwester haben. Was auch immer? Lass uns lieber über was anderes reden. Lass uns lieber über was anderes reden. Mann, ich bin so ein Idiot, die Frankfurter viel zu viel gekostet hat. Das Brot macht mehr als es hat. So, warum liegt da eigentlich so viel... Warum liegt hier Stroh? Na, aber warum ist hier Wasser ausgebrochen? Das ist ja... Die brauchen mal die Super Mario Prados und die kommen dann und fixen den Scheiß, Alter. Kann man das... Man kann drinstehen, oder? Ja. Ne, haben wir. Ach! Oh! 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 Das Witzige ist ja... War Matt ein Obdachloser? Weil es müsste ja automatisch eine Hütte freistehen, wenn Matt nicht mehr ist. Aber hier zum Beispiel sagen die mir gleich, dass ich rausgehen soll. Du wolltest es so haben! Dann hast du noch mal Glück gehabt! Nein, 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 nein. Ich wollte gar nichts haben. Ihr müsst verstehen, ich bin Teil eines Videospiels. Für mich gelten andere Regeln. Aber mir fällt doch gerade ein, dass hier drinnen doch ein Bett war und... oder? Ich meine, das gehört doch der Allgemeinheit, denke ich mal. Okay, das merkt man sich sogar leicht, dass da eben dieser umgefallene Turm war, ist, whatever. Da kann man sich den ganzen Tag ausruhen. Alter, man könnte ja das Schutzgeld einmal zahlen... ...und dann zehn Tage schlafen oder so und einfach komplett in Verzug mit Zahlungen kommen. Nein, 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 nein. Wie oft bin ich jetzt gesprungen? Wieso drücke ich immer noch Space dafür? Nicht so viel Quatsch. Ja, lass uns lieber über was anderes. Du darfst doch noch nicht, was wir tun haben. Besteht's. Ich werde dann mal weitermachen. Wenn ich erstmal Geld habe, kann ich... Hm, ich könnte ja in der Arena... Ja, ich kann ja wetten, ne? Ah, ist halt die Frage. Ich meine, ich habe so wenig Erz, es würde mir nicht wehtun, das in der Wette zu verlieren. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Das heißt... Ich gehe schlafen. Aber nicht in der Hütte. Ist dann wieder... Ja, kein Geld. So, ich habe den Chat jetzt so... Ich lege den Chat jetzt wieder so hierher. Wie viel Akku? Wie viel Akku hat das Handy? Passt. So, wir schlafen jetzt ne Runde. Wir entwickeln hier jetzt fette Schlafparalyse mit diesem Rhythmus. Bis zum nächsten Morgen. Ja. Egal. Und gleich nochmal. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Das reicht wahrscheinlich noch nicht, oder? Klappt das überhaupt, was ich vorhabe? Ja. Also... Ich... Ich schla... Ich skipp hier immer einen Tag nach meiner Logik. Lass dich auf jemanden und... Oh, darf ich nicht mehr? Hallo. Mama. Was steht hier? Eine Sache noch. Ich werde wieder wenig bis gar keine Tipps geben. Ja. Ich bin da... Ich sag doch 24-7, dass du es nicht wirst. Du hast Diego gefunden. Du hast mit vielen geredet. Wahrscheinlich hast du recht. Du kannst schon mal eindrücken. Du weißt... Ich... Ich weiss das alles, Daniel. Ich habe schon oft genug eng gedrückt. Ich glaube, du schaust dem Stream nicht ganz zu. Siehst du? Diese Sense haben wir schon öfter gesehen. Lass uns lieber über was anderes reden. In seiner Haut... So. Wenn das jetzt geklappt hat, wie ich es mir vorstelle, und ich nicht einfach nur schizophren im Bett war, dann findet ihr ein Kampf statt, vielleicht. Aber so entwickelt man, by the way, absichtlich Schlafparalyse. Das habe ich mal unabsichtlich entwickelt. Nämlich, indem man nur schläft. Weil dann kommen Träume automatisch und die sind nicht schön. Hallo. Kann man kämpfen? Ähm... Wetten. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein... Der nächste... Ja, dankeschön. Trainierst du auch Kämpfer? Schon. Aber nicht zu... Okay. Ich habe kein Ernst, ja. Lernpunkte dafür hätte ich sogar. Ah, jetzt fällt mir doch ein, ich wollte doch meinen ganzen Scheiß verscherbeln. Ich wollte doch meinen ganzen Scheiß an Leute verkaufen. Das passiert nämlich noch mal. Hallo. Hallo. Wie im echten Leben eigentlich? Ich muss dann auch zu Willen haben. Der eine hat ja gemeint, er gibt einen guten Preis, aber wer weiß, ob das stimmt. Hey du! Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst. Heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wo bist du denn? Wie kommt es denn, dass wir uns beide ... Alter! Da kann man ja massiv rechts sein, Alter! Okay, danke dafür. Wo bist du denn? Ist richtig frech. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Neck ist er. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Neck ist er. Und wenn er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Ja, ich weiß, wo neck geblieben ist. Ich frage ihn aber trotzdem. Also ich weiß, wo Diego ihn vermutet. Oder, nein, nicht Diego. Äh, ja. Weißt du, wo neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gartisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Also Neck ist doch nicht so ein beliebter Typ. Gui. Also ich denke mal, dass der Gui heißen soll. Weil du hast mich ja schon mal auf einen englischen Namen hingewiesen, dass es nicht englisch ist. Huah. Huah. Ah ja, ich wollte wieder mit Jego reden wegen der Mannschaft. Und dann kann ich ja Sachen lernen. Und da gehen wir alles auf Stärke. Aber davor speichern wir ab. Kurzum verskillen wir mal abspeichern. Und danach verkaufe ich all meinen Scheiß. Mann, jetzt halt die Frage. Wozu will ich Arena-Kämpfer sein? Ich meine, es wäre sicher witzig. Keine Frage, aber... Dann brauche ich 50 Erz und 10 Punkte. Wie viele Lernpunkte habe ich denn? Ich hatte ja relativ viele. Ah, das schaut man bei Ding nach. Nein, das schaut man bei... Ich habe schon mit Gui geredet, Daniel. Außerdem redest du gern mit Gaius, ich weiß schon. Aber wir haben dich alle lieb. Aber wo war denn Gui? Vielleicht hat er was Neues zu sagen, ne? Butter, Butter. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Ja, Schinken, Käse und so, hat er gesagt. Und Bier und Wein sind das Erfolgreichste. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und Balm, Bier und Wein. Ha, siehst du, ich habe sehr wohl mit Gui geredet. Geht an mein Level, Casual. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt es hier. Und die obere Hütte mit dem Vordach. Das Problem ist nur, ich finde die einfach nicht. Es geht um, ja, es geht um, ja, ich weiß, ich weiß das, Daniel. Ich kenne meine eigene Hütte, ich finde sie nur nicht. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben. Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Aha, danke, Daniel. So, er hat da hingezeigt. Da oben hat er ge... Nein, renn nicht weg, Gui. Ich will da kein Risiko eingehen. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Okay, Ende. Er zeigt aber auf die hier. Ist das mit oben gemeint? Ach, deswegen ist da nicht Ruhe, wo nichts drin ist, oder? Das ist natürlich scheiße, dass ich nichts... Aber wenn der Koffekeld eh alles tragen kann, wozu braucht er dann eine Truhe, weißt du? Das ist ja wohl scheiße, der braucht keinen... Ich meine, ich verstehe mich nicht falsch, ja? Ich trage den scheiß selber, auch wenn ich schlafe. Apropos schlafen. Ich lege mich hin. Bis zum Mittag, bis zum Abend. Bis zum Mittag schlafen. Jetzt ist Diego safe dort, wo er sein soll. Jetzt sind wir tagsüber draußen. Bei den anderen Hobbys. Als der GUI steht immer neben mir. Das ist schon mal sehr wichtig. Immer wichtig, dass Guys hinter mir stehen. Bitte nehmt es das Out of Context. Ich habe es absichtlich so gesagt. Hallo Mario, Butler, Torus, das heisst, Diego ist nicht weit. Bin ich blind? Oder drückt mich meine Erinnerung nach? Nein, das sind nur die 3... Kellerwerker, hallo? Hallo? Was mir auch gerade einfällt ist, wozu ein Fick war denn überhaupt der Labe? Es gab ja mehrere Händler. Da wird schon gefuchtet. Klar, der rafft sich schon wieder an. Der ärgste Kiffer ist das, Alter. Hallo Sly. Ich schlafe kaum mit dem Hammer. Gut so. Wie oft hab ich euch Penn angesagt? Rent nicht durch meine Hütte! Heiz Maulkeil! Verdammter Jude! Jetzt bin ich blind auf Twitch, aber es ist eine Saufpac-Referenz, was wir immer machen. Das war nicht mein Satz. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut hab. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Miene wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt trennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch! Das klingt richtig. Schauen wir mal, wie hart können wir Keil abfacken. Ah, okay, cool. Keil ist gebrochen. Man darf in Keils Bett kacken, ohne dass er irgendwas sagt. Finde ich gut. Keil ist ein gebrochener Mann. Aha, wer bist denn du? Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Katisten anlegt. Ja, ja. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ach so. Scheiße, Bruder. Echt? Dann überlege ich mir das nicht. Also, mir ist das scheißegal, was die für Geld verlangen. Ich zahl's denen nicht. Und wenn's das nur ein Erz ist, alter. Alter, der schaut aus wie der Chuck Norvis V.O.W. Charakter aus der Werbung. Alter. 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 Hört sich richtig an. Aha. Ah, stimmt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Was kann man... Also Scheiße, dass ich jetzt eh nur Scheiße habe, aber... Wozu brauche ich 4 Becher? Achso nein. Ja, passt hier. Ah nein. Hä? Hä? Ich habe es doch gerade geschafft. Früher wäre das kurz anders genommen. Aha! Jetzt weiß ich wie man diesen Menü navigiert. Denke ich. Schüssel. Wanzenfleisch brauche ich leider. Und die drehe ich im Wert von 10. Was? Die Münzen haben keinen Wert, dann bleiben sie bei mir. Fackeln. Krug. Flügel. Muss man dem alles geben? Aber mal alles für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Das... Ah. Die Drogen sind ganz viel wert. Okay. Sumpfkraut. Hier bitte. Viel Spaß. War doch klar, dass das Ergeln anspricht. Denk heute an mich, wenn du das infiltierst. Ja, den Brief an den Feuermagiker verkaufen wir ein bisschen ekelhaft, oder? Ich meine, es wäre verdammt witzig, aber... Nein, danke. Es war doch klar, dass das Ergeln kratzt. Ich glaube kaum, dass du da bist. Schinken hat einen Wert von 12? Alle Geschichte muss wohl doch was dran sein. Dann lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben der letzte Scheiß. Alle Geschichte muss wohl doch erst dran sein. Lebensenergiebonus. Aha, sag doch was. Kann ich das nehmen und dann habe ich mehr Leben? Ja, okay, aber Wald werden zum Beispiel, oder? Den Scheiß hier kann man doch verkaufen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich brauche keinen Alkohol, danke. Gott ist mein Alkohol. Ich bin kein Sklave, nimm das Sklavenbrot. Ähm. Reis? Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wasser. Wasser bringt ja gar nichts, Alter. Der letzte Scheiß. Manche haben aber gar nichts dazu. Wahrscheinlich ist Brot. Ganz ehrlich, würde da nicht Brot stehen, hätte ich es vielleicht für... Nein, ganz ehrlich, ich sehe da eher... Ziegelstein. Jetzt nicht, also... Ja schon, es ist Brot, aber... Äh. Schaut nicht ganz so aus, wie ich mir Brot... Also man erkennt es nicht instant, sag ich mal. So, das heißt, er gibt mir 254... ...Moneten. Das wäre natürlich ziemlich... Wow, ho, ho, ho. Warte, 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 warte. Ich habe ein altes Schwert, ein rostiges Schwert. Ich habe zwei... Ich habe ja... Ich habe ja einen Arsch voll Spitzhacken. Ich habe ja nichts dazu zu sagen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Aber die haben halt auch absolut keinen Wert. Ich meine... Klar, ich habe die auch irgendwo vom Boden. Also tut's mir nicht weh. Passt. Und wie schließe ich den Deal ab? Annehmen. Jetzt kriege ich 261... ...Moneten. Wenn ich jetzt nichts falsch mache, oder? Ich... 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 Ich will jetzt wirklich keinen Drachen dort, Moment. Aber das sind meine Sachen gewesen. Das weiß ich. Und das ist der Herr Frisk. Äh, Fisk. Frisk ist der aus, ähm... Andertal 2. Oder Andertal. Nein, Frisk ist der Held aus Andertal. Annehme. Ende. Was hier deine Hauern will ich trotzdem nicht stecken. Ja, 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 Invertal. Ja, das ist ganz anders gelaufen. Man muss eben aufpassen, was man... Ich... 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 Ich habe... Ich habe alles verschenkt. Ja, das dachte ich mir schon. Ich... Ich... Aber tut mir leid. Ähm... Woher soll ich das denn wissen, Daniel? Da stand doch eine Zahl. Oh ja, das ist doch recht. Gibt es verschenken und verkaufen beides als Option? Das ist alles schlau. Sorry, deswegen habe ich ja nachgefragt. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. Ja, ist ja auch egal. Dann lade ich halt wieder rein. Ich lasse mich hier nicht scammen. Und jetzt weiß ich wo meine Hütte ist, Alter. Trotzdem nicht mal die Hütte. Alter, ich... Ich denke es mir ja schon, das muss doch irgendwie falsch sein. So, weißt du? Ich... Es ist mir auch extrem peinlich jetzt. Du willst ja Erzbrocken. Ja, zwei Fenster. Ja, toll. Ich finde es toll, dass du genau dann das schreibst, wann es passiert ist. Da kannst du dir Versögerung keine Schuld geben, Alter. Du wolltest, dass ich das mache. Und... And I salute you. Bitte mach daraus einen Twitch-Clip und werd berühmt. Nur der Unterschied ist, ich kann reinladen. Der Rainer hat nicht mal reingeladen. Das passiert mir nicht. Mann. Ich wusste doch, ich mache was falsch. Natürlich wäre es cool gewesen, davor abzuspeichern. Ah ja. Passiert. Warte, jetzt muss ich ja... ... wieder mit dem reden. Also müssen... Hallo. Wie sieht's aus? Passt. Ach, der ist gar nicht mehr da. Der Kyle. Der Kyle hat sich aufgeregt, dass ihn alle wie scheiße behandeln. Aber ich finde es toll, dass Kyle zwei Türen hat. Habe ich schon mit Dusty geredet? Ende. Dusty geht's nicht gut. Mit dem habe ich schon geredet. Ich bin die Leiter tausendmal hochgekraxelt. Ich bin die Leiter tausendmal hochgekraxelt. Aber ich bin schon raus, wie ich's richtig mache. Mir war ja klar, dass irgendwie sowas passiert. Ja, das ist immer schrankaffig, dass ich... ... einfach nicht lese. Hallo, hallo. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Schatten? Aha. Okay, cool. Das ist ein Arena-Kämpfer. Der Herr... Grieco... ...E-Striper. Ich werde sicher... ... heftiger Arena-Kämpfer noch. Ihr würdet's alle Augen machen. Mit dem Undertalk hat hier keiner gerechnet. Du verkaufst deine Ware im rechten Fenster. Du hättest zum... ... linken Fenster nur die... ... Erz... Aha. Es ist wie ein Steam-Trade. Es funktioniert wie das Steam-Trade-Fenster. Danke, Daniel. Hättest du mir gesagt, es ist wie ein Steam-Trade, dann hätte ich instant gewusst, was die Phase ist. Ach, diese alten... Ich weiß ja nichts. Keine Ahnung. Trade-Blauser dort... Äh, CP-Underline-Trade-Blauser oder wie die Map hieß. Das waren Zeiten. Kann schon sein, aber... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Weißt du, moderne Spiele würden einen warnen, dass man alles verschenkt. Manche werden gar nichts dazu. Finde ich toll. Er sagt, wenn er Diego sieht, aber was soll denn das passieren, wenn er die ganze Zeit nur da hockt? Sagst du, habe ich das Gefühl, ich wurde gescannt? Hallo. Dieses Mal machen wir es richtig, Kumpel. Zeig mir deine Ware. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das habe ich noch nicht verstanden. Wie mache ich denn... Ähm... Es geht nur in 10er Schritten, oder wie? Es waren 200... Ja gut, dann verschenke ich sozusagen eins, weil ich habe 260 hingelegt. 261 hingelegt. Okay. Also erst einmal alle Kerzen. Man kann ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ah. Habe ich den Dietrich vor... Ja, habe ich auch vorhin hingelegt. Schleiß auf das. Schleiß auf die Drogen. Schleiß auf die Flügel. Tränke... Ach, die Pilze. Gut, dass ich die nicht verkauft habe jetzt im Nachhinein. Ich trottel, daran habe ich gar nicht gedacht. Ah. Aber ich brauche ja nur 5 Pilze. Ja, 5 Pilze, das heißt... Oh Gott. Das war schon too much. Hallo. Mann. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich glaube kaum, dass ich daran besitze. So. Ich habe 14 Pilze, das reicht für die Quest. Das Zeug kann man ja immer wieder aufglauben. Man muss erst mal den ganzen Alkohol loswerden. Und dieses Brot, das da schaut wie ein Brot. Sklavenbrot. Das ist schon nicht so heiß gewesen. Das wird sich ein Komponat. Das ist ein Auge. Das ist ein Auge. 260 liegt da. 259 biete ich ihm. Was kann man verkaufen, was ganz wenig Wert hat. Die Spitzsacken waren wenig wert. Ein Fall. Aber der legt ja jetzt 10 Pfeile hin, oder? Ja, das ist scheiße. Ich habe gar nichts dazu. Wahrscheinlich hast du erwähnt. Okay, okay. Irgendwas muss doch ganz wenig Wert sein. Ja, Wasser. Wozu brauche ich Wasser? Okay, ja. Die Rechnung geht genau auf, wie ich sie gesagt habe. Der letzte Scheiße. So. Wenn ich jetzt auf Annehmen drücke, mache ich nur ein Minus von einem Erz. Ja, das wäre aber schon mal. Aber warte für dich. Du musst nicht bei jeder wissen. Das ist ja nicht zu tun. Ich rede von Koch und nicht von Fisk. Der Koch hat keiner. Ach so. Ja, er hat noch 50. Schon klar. Es war doch klar, dass es... Ich habe nur meine Steps gerade recreated. Er hat nur 50 Erz, das meinst du, ja. Der letzte Scheiß. Alter. Zeig mir deine Ware. Gut, dann nehmen wir ihn halt komplett aus. Der letzte Scheiß. Ich finde es toll, dass immer wenn ich Std drücke, er mit dem Kopf wackelt. Das ist sehr hypnotisch. Ich brauche den Scheiß nicht. Danke dafür, Blabi. Rostiges Schwert. Kurzschwert. 12 Schaden. Aha, Bauernschwert 14 Schaden. Das war eins für dich. Ich meine, muss ja nicht gar jeder wissen. Ja, okay. Zuerst verkaufe ich. Danach können wir immer noch schauen, was wir alles haben wollen. Das war nicht besonders schlau. Okay, Quatsch. Der Boy immer, immer ausnehmen. Alle ausnehmen. Du willst alles Erz, was du kriegen kannst. Du willst alles Erz, was du kriegen kannst. Absolut. Solange ich damit nicht zu tun... Ja, ich habe so einen richtig... Sodbrenn kann ich nicht sagen, aber ich habe irgendeinen schleimigen Auswurf, der gleich kommt. So. Kein Dietrich. Keine Drogen. Keine Flügel. Schriften. Hallo. Verkaufen wir auch drei. Ich weiß nicht. Es gibt so viel Leben wie der... Ich würde lieber den Unnützen Scheiß verkaufen. Ja. Jetzt habe ich es erst wieder nicht gelesen, also. Die Bären sind so... 10... 14 in dem Synergie. Genau, die Pilze. Brauchen wir ja nur... 5, deswegen jetzt nicht mehr. Einfach kosten. Ja, ich verkäufe immer... Wie, wie... Also, sorry, aber ich drücke ja nur Dings... Wie kann ich es denn einzeln machen? Ja, nimm dir immer 10 rüber. Vielleicht wenn ich ALT und D... Nein. Andere Taste probiere ich... Vielleicht SHIFT. SHIFT und D. Oder in dem Fall A. Ja. Schau, das passiert bei Steuerung. Dann geht er immer in 10er Schritten. Naja. Das Ding ist, dass... Habe ich alles... Vom Boden aufgehoben. Das heißt, das wird es auch weiterhin geben. Mach's mal. Ja, ja, ich probiere ja alles. Ich... Du weißt, dass sonst was die Memory... Okay, okay. Verstehe ich. Verstehe ich gut. Ich probiere eh... Was geht's. Ich probiere es. 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 Aber eins für dich. Ich probiere es ja nicht gleich. Ich probiere es. Ich probiere es. Oder ich scheisse drauf. Also, ich will einfach nur... Oh, das war ja schon zu viel. Alter, das ist doch so geil. Ich probiere es nicht besonders schlau. Und da war auch noch klar, dass das Ärger gibt. Ja, okay. Das ist aber ziemlich gut. Da kann ich ja die anderen Pflanzen verkaufen, oder? Mana Bonus. Vielleicht brauche ich... Sklavenbrot braucht kein Mensch. Und dafür nehme ich mir ein Ding wieder. Hallo. Ist damit der Gesamtwert gemeint? Nein. Nein. Aber jetzt hätte ich es fast hingekriegt. Mann. Warum nur ein Bier? Ich habe gedacht, ich habe jemanden. Ich kann ihm noch mehrere Flaschen geben. Oh, ich kann ihm meine Katzen Spitzhacken auf jeden Fall geben, weil... Ähm... Wenn ich davon zu viele habe... Eine behalte ich mir für den Fall, dass ich mal eine brauche. I don't fucking know. Außerdem hätte ich keine... Oh! Hallo? Hallo? Ich habe gerade so eine Brainfart. Das gibt 5 Wert. 15 Wert. 10 Wert. 10 Wert. Das kommt los. 10 Wert. 10 Wert. 10 Wert. 10 Wert. 11 Wert. Ich fasse es nicht. War das die... Hast du gerade es an deiner... Na, wie nennt man, an deiner Master-Memobil herausgefunden oder hast du es ja googelt? Würde mich interessieren. Aber danke. Daniel. Ehrlich sein jetzt. Google. Okay, okay. Na gut, die ganzen Heilkräuter hast du gesagt nicht verkauft. Sklavenbrot bringt nichts. Was bringt Mana? Bier und... Also Dings, Bier bringt absolut gar nichts, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich frage dich jetzt nur sicherheitshalber. Google, wie Messie. Ja, okay, Bier bringt nichts. Sehr schön, dann kann man den Scheiße verkaufen. Genauso wie Wasser nichts bringt. Das bringt einen Mana-Bonus. Also Wasser bringt schon was, aber nicht genug, als dass es mir das wert wäre. So, Steuer und Kuh hat's jetzt Kassen. Alter, ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, dass das Sklavenbrot mich nicht krass genug heilt, als dass ich es haben möchte. Ich le... Seitdem ich Goffek spiele, lese ich Daniel. Ich hatte doch schon tausendmal gesagt, es gibt so viel bessere Heilmittel, als das scheiß Sklavenbrot. Aber gut, dann... Behalte mir das Sklavenbrot. So viel zum Thema, du hältst meine Hand, nur die ersten zwei Stunden. Fangen wir ganz von neu an. Wir lesen jetzt alles ganz genau durch. Ich dachte mir, dass ich da alles zähne schmeißen kann. Greis gibt Leben. Rot gibt Leben. Leben, Leben. Mana, Leben, Leben, Leben. Okidoki. Weiter. Spitzhack, er braucht keinen Mensch. Manche lernen eben gar nichts dazu, es ist gut zu erzählen. Ja, eh, passt eh. Mein ja nur. Könnte ihn, Daniel. Weißt eh. Mein ja nur. Ah ja, das ist ja auch interessant. Das Ding ist, wenn Pfeile einen Wert von 1 haben, dann kauft man sie wahrscheinlich für 2 oder 3 oder irgendwie sowas. Man verkauft immer billiger, als man kauft in Videospielen. Aber dadurch, dass ich, dass es noch sehr fern liegt, dass ich ne, ach. Das mit den Münzen macht mich Zeit. Hallo. Rüstung, Magie, Artefekt. Tränke, Schriften. Das wäre natürlich extrem witzig. So. Die Flügel tun gar nichts. Also alle rüber. Sumpfgrat sind Drogen. Die Drogen verhökern wir alle. Ich brauche keinen Krug. Ich brauche keinen Dietrich. Ich brauche keine Schüssel. Ich brauche keinen Becher. Vielleicht brauche ich irgendwann einen Dietrich. Keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Schüssel. E gedrückt halten, um es schnell zu schupfen. Okay, cool. Ich habe ein rostiges Schwert, ich habe ein altes Schwert. Ja, okay. Das alte Schwert würde ich nicht mehr brauchen. Oder gehen die irgendwann kaputt? Weil das war doch nicht immer ein altes Schwert. Oder war es immer ein altes Schwert? Das war immer ein altes Schwert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe Erzbrocken, das ist die Pärbrocken. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich... Achso, die Pilze. Ja, klar. So, jetzt stellen wir Kuh. Wir brauchen fünf für die Quest. So. Heilkräuter sind gut. Also Heilkräuter sind extrem gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich das Sklavenbrot nicht haben möchte. Obwohl, der Reis ist sogar noch schlechter, okay. Bier brauche ich nicht. Leitschnapps brauche ich nicht. Wasser überhaupt. Lebens... Ja, schön. Fünf, Alter. Okay. Ich bekomme das Sache näher. Die haben einen extrem hohen Wert. Fällt mir gerade so auf. Aber die will ich nicht verkaufen. Für gar nicht die Mana. Lebens-Energie-Port. Also das heilt einfach automatisch voll. Das will ich nicht verkaufen. Das klingt so episch. Auch wenn es viel wert wäre. Der letzte Scheiß. Aber haltens für dich. Ich meine, muss ja nicht gleich jeder wissen. War doch klar, das ist das Problem. Aber haltens für dich. Wurde ich nicht gleich jeder wissen. Wurde ich nicht gleich jeder wissen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das Schwert kaputt ging oder nicht. Heute bin ich trotzdem zu heiß gegessen. Es gekocht. Gut, dann schauen wir mal. Was kann man hier alles verschwenden? Das Brot ist 8 wert. Scheiß aus Brot. Ich habe mehr als genug Essen. Oder Heilmittel halt eben. Die Bären sind nur 10. Während die Kräuter... Achso, das ist Mana. Das ist Lebens-Energie. Mana, Lebens-Energie, Lebens-Energie. Das sind die Pilze, die darf ich nicht essen. Der Schinken gibt... ...18 Lebens-Energie. Okay, das ist toll. Ja, dann... Aber ich meine mich zu erinnern, dass du irgendwann gesagt hast, dass die Balkans und Go2-Ding sind. Das ist in mir nicht... Wurde, ich verwechsel das gerade. Naja. Sklavenbrot gibt 15. Es gibt 10. Also hier bitte. Ja, ganz ehrlich. Scheiß mal, Sklavenbrot. Ich bin kein Sklave, ich bin ein Held. Dann muss ich eben auch... Wahrscheinlich nicht mehr zählen. 30, die geben 22. Ach, die habe ich nur einmal. Ich werde jetzt keinen Wechselkurs von 11 zu Money machen. Weil dann wäre das Sklavenbrot vielleicht eh ziemlich gut. Das ist toll, dass ich das neunmal habe. Aber theoretisch könnte man ja auch immer wieder Fleisch erlegen. Und dann eben Fleisch verkaufen, wenn man es bratet. Das wäre vielleicht eine Einkommensquelle. Aber das klingt eher nach der Aufgabe einer Frau. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich keine Keule brauche. Auch wenn es witzig ist. Er hat ja auch Rostiges und Altes und so. Ich verkaufe das einer Schwert, das ich nicht brauche. Was ist das? Eine Spitzhacke. Wozu werde ich eine Spitzhacke brauchen? Ich darf nicht unten schuften. Und selbst wie ich unten war, konnte ich nichts meinen. Vielleicht fehlt mir dafür einfach noch das Skil. Aber Erzmeinen wäre natürlich extrem geil. Ich brauche ja noch zwei von diesen Wanzen erlegen, damit ich deren Fleisch harbisten kann, ne? Wo ist denn das? Sag bitte nicht, dass ich das da reingelegt habe. Weil das ist einfach nur Fleischhwarze Ragu. Das ist ja schon fertig. Ich würde jetzt eigentlich gehen, aber dann im Moment voll ausnehmen. Das heißt, wir müssen ihn voll ausnehmen. Wird schon stimmen. Also nehmen wir vielleicht... Weil wir davon so viel haben... Was ist fünf wert? Fünf Pfeile da. Ach, das wird mich hinterher vielleicht in den Haar speisen. Das ist ein Trade, mit dem ich leben könnte. Ich brauche Wasser. Gequatscht wird viel. Ich glaube kaum, dass ich da auch nicht sein kann. Und dann so lange kann es nicht, damit nichts zu tun ist. Das war doch klar, dass es da geht. Das war doch klar, dass es da geht. Aber das ist jetzt eben diese Sache, die du mir vorhin erklärt hast. Dem nicht. Erz ist in dem Fenster, meine Sache in dem Fenster. Es ist also genauso, wie wenn man in Steam CSGO oder Team Fortress Sachen tradet. Was will das Handy von mir? Bitte nichts Wichtiges. Das ist Spam. Okay. Alles gut. Twitch Chat. Twitch Chat. Hallo, wo ist Twitch Chat? Ich will keine heißen Weiber in einer nahen Umgebung. So. Okay. Ich hätte davor speichern sollen. Aber da, jetzt kriege ich 310 Hertz. Und jetzt hat er meinen ganzen Scheiß, ja. Das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Das heißt, es ist nicht für immer verloren. Deswegen kann man auch diesen Brief verkaufen. Ja, ist das geil. Ist das geil. Mir fällt jetzt actually kein Game ein, wo man... Doch, oder? Normalerweise ist das dann noch Lost. Aber warte, wie viel verlangt er dann zurück? Für einen Pfeil jetzt. Zeig mir deine Ware. Ja, ja. Dann auch schon, wie es eine Rüssel hat. Was verlangt er für einen Pfeil? Wert 1. Okay, es steigt also nicht der Preis. Das ist auch interessant. Jetzt kommt das Beste. Wenn du stark genug bist, könntest du ihn umboxen und ihm alles wegnehmen. Ja, das ist die Magie aus Goffik, von der du mir erzählt hast. Und ganz ehrlich, ich glaube, darauf könnte es eh bald hinaus... Also bald könnte es auf jeden Fall hinauslaufen. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Und dann will ich trotzdem nicht stecken. Aha, das kriegt man nicht im Bild noch. Butler-Hose. Ich bin kein Butler. Das hat mir schon klargestellt. Und ich gebe nicht 500 Erz für eine Hose aus. Leichte Butler-Hose. Tschüss mit Ü. Tschüss mit Ü. Ciao, Kakao. Ciao mit V. Und Dexter, wie geht's heute? So kleine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich hab eine da. 4,50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Nein, danke. Ich hab damals, ich hab zum Sektenlager gefunden, bevor ich hierher gefunden hab. Ich weiß, wie das ausschaut. Ich brauch keine Karte von dir. Nicht von dir. Von Diego sehr gerne. Diego ist einfach Beste. Diego ist Beste. Diego ist Ehremann, Bruder. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, im Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Oh. 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 Nein, ich hab nicht gespeichert. Bitte. Ich muss entkommen. Ah, ich hab meinen Trade nicht gespeichert. Ich muss schnell irgendeinen Kartisten finden, der nicht, äh, der Halsabschneider ist. Hals. Zurück, du Feigling! Du gehst direkt auf, du Feigling! Gott, ist das cool. Hallo? Bist du Willens, mir zu helfen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß, dass es in eine Randomline war, aber es hat trotzdem sehr gut gepasst. Ich habe nichts zu tun, aber... Okay, pass auf. Doch, wir speichern erst einmal und, äh... Äh, was ist das Fragezeichen auf der Armitas dazu? Egal. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Oh, was passiert sowas immer wieder? Ähm... Ich halte mich da lieber raus. Ja, jetzt wieder schmatz, schmatz, schmatz. Ah nein, das macht knacks, knacks, knacks. Aber Daniel, hast du das gesehen, wie böse der auf mich war? Oder ist? Ich weiß nicht, wie böse er noch auf mich ist. Aber ich habe ihn zumindest mal abgehängt. Das ist halt die Frage, ob er wieder akkro wird, wenn ich wieder in die Nähe gehe. Seine Haut wird trotzdem nicht schnappen und egal. An der Geschichte muss wohl zu kurz sein. Aber jetzt weiß ich, was die Leute meinen, von wegen Schutzgeldzahlen. Trotzdem werde ich es nicht machen, einfach weil ich denen gerade so gut entkommen bin. Wenn ich Ärger vermeiden will, muss ich einfach laufen, was das Zeug hört. Wie die Fahndlosen sagen. Aber wen interessiert das? Ich wollte die ganze Zeit schon mit Diego reden. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich könnte nicht kochen, oder? Was passiert jetzt? Es ist ja nicht so ein Schinken wie wen aus dem Supermarkt. Keinensah. Man muss eben aufpassen. Man! Ich bin ein Idiot. Und ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Was macht ein Problem. Ich muss mir das nicht langsam angewöhnen. So, hier. Aber wir sind Vegetarier heute. Wir haben nur einen Wert von 5. mit einem universal anerkannten Wert von 5. Stell dir vor, es wäre mit Döner so, Daniel. Stell dir vor, überall kostet jeder Döner gleich und du kannst einem Döner einen Dönermann verkaufen. Das wäre schön. Und du kannst den Dönermann unboxen und dann hast du alle Döner von dir. Ich halte mich da lieber raus. Oder du gehst zu einer Pfanne, die einfach random wohl liegt und dein Essen ist gut zu brauchen. Warum sind wir nicht so fortgeschritten wie die hier? Und warum habe ich noch nicht mit dem da geredet? Suchst du wieder Streit? Ach so, habe ich schon. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. So willst du aufs Maul? Kannst du haben! Es ist genau derselbe, der mich gerade angegangen ist. Und ich frage noch, ob ich den schon kenne. Ich dachte... Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Der Typ hat eine Nase, ich glaube. Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Oha. Shots feiert. Shots fucking feiert, Leute. Wo finde ich... Diego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Torus am Eingang zur Burg. Ja, ich war doch schon bei Torus, du Arsch. Da ist Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gommes Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? Tausend Brocken dürften genügen. Tausend Brocken. Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Besten Dank dafür. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut, zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand, vergiss es. Schon vergessen. Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. Aber kommt dann nicht vor allem zu mir angekrochen, wenn der Brief noch einmal kommt und dann ist die zweite Warnung im Postkastl und dann schuldest du dem Staat plötzlich noch mehr Geld, weil du nicht versichert warst. Besten Dank dafür. Und wo zum Fick ist der Arbeitshaarer Diego? Grimm. Diego. Ich habe mit Torus geredet. Und? Was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, rück dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. So Daniel, du redest mir alles auf Stärke? Weil ich brauche ja auch 10 Lernpunkte, um die 50 Ärzte, die ich jetzt schon habe, damit mich der Arena-Typ ausbildet. Aber anscheinend brauche ich keine Arena-Ausbildung, um gegen einen Arena-Typen zu kämpfen. Deswegen hätte ich jetzt auch alle Lernpunkte nur in Stärke gehauen. Ist mein lautes Denken. Was sagt Rainer dazu? Was sagt der viele Rainer dazu? Weißt du was? Ich brauche gar nicht auf dich hören. Ich habe ja selber gesagt, ich möchte keine Tipps. Deswegen haue ich jetzt alles in Stärke. Einfach weil ich mich dann stark fühle. So schwer ist diese Entscheidung wirklich nicht für mich. Halt ohne Chance. Ich habe eh schon genug zu tun. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Da brauche ich nicht auch noch Arena-Kampf lernen. Ich habe mehr als genug um die Ohren. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Cool. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Das ist ja nicht so schön aus meiner letzten Lernpunktalterzeiten gewesen. Wie steht es mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Ah ja, Kirgo. Ah ja, Kirgo. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Das ist doch mal echt eine positive Nachricht. Was? Zuerst ein Handy kalt und dann kannst du machen bei dem Koi, bei dem Marina Typi. Ja, ich hatte gerade noch seinen Namen im Schädel. Aber jetzt gerade war ich bei Grieco. Ich muss dann gegen Grieco in der Arena irgendwann kämpfen, weil das mir das Ansehen verleiht. Wer ist Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Ich dachte, da kommt jetzt mehr. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Wird es ihm ausrichten. Ich halte mich nicht als Sprache. Halt ohne Scheiß, Daniel. Willst du nicht diesen Helden cosplayen? Mach dir auch so einen Bart. Halt ohne Scheiß. Wenn du dir die Frisur und den Bart machst und diesen fetzten Arm ziehst, dann schaust du aus wie der Goffekheld. Das passt ungefähr auch so von der... Also ja, natürlich hat er mächtige Arme. Aber du willst eh Sport machen. Frosch. Frosch. Mach's gut. Danke Diego, du warst bis jetzt der netteste Freund. Und das Ganze nennen wir Pause, weil... Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back, sit tight, don't get hard. Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back, sit tight, don't get hard. Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back. Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back, sit tight, don't get hard. Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back, sit tight, don't get hard. Pause, weil ich mache ganz kurze Pause, be right back, sit tight, don't get hard. Aber da brauche ich alles, wenn du meinst, ich trage es dir nicht. Aber was für dich? Ich trage es dir nicht. Ich trage es dir nicht. Das war nicht nur ein Schnaum. Ich trage es dir nicht. Aber war es für dich? Ich trage es dir nicht. Untertitelung. BR 2018 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 Ich will ehrlich sein, ich breche auch ein bisschen zusammen gerade. So, mit Jego haben wir geredet, wir sind jetzt um einige stärker. Ähm, naja wir brauchen eine Heel. Ich rechne immer 100, fuck. Ich rechne immer mit 112, ich trottel. Wie oft hab ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut hab. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Dieser Schweine, ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch! Das klingt wichtig. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut hab. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt... Ja, 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 ja. First World Problems, Junge. Oder in dem Fall First Lager Problems. Will nicht wissen, wie es im neuen Lager zugeht. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ja, ja, das hab ich schon mitgekriegt. Ich hab zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Aha. Und nur die Götter wissen mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel hab ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Danke, Jessie. Ganz netter. Hey, du. Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur zehn Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Ich hab dir schon mal gesagt, du kannst meinen beharrten Weißen aufschlecken. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ich bin nicht ein Kleiner. Das hier sind jetzt meine neuen besten Freunde. Und wenn ich wüsste, wie man duckt, dann würde ich mich jetzt ducken. Aber das läuft nicht, wie Querschnitts gelebt sind. Wie würde es dir gefallen, wenn ich irgendwann noch FF streamen würde? Mit dem hat er geredet, oder was? Ja, stimmt. Mann, den würde ich gerne umbringen, aber ich weiß ganz genau, dass ich das... Ich meine, ich speichere. Der ist mir ja schon oft auf die Eier gegangen jetzt. Mann. Der hat genug. Klarer Sieger würde ich sagen. Okay, er lebt aber noch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Zehn Erz am Arsch, Junge. Das war mein erster echter Mord, Alter. Ah, ich wollte Ihnen berichten, wie cool ich gerade war. Ich hoffe, das ist wie... Mit wem auch immer er sonst geredet hat, ist das... Das ist immer hoffentlich eine Lehre gewesen, Alter. Nicht einen Schaden hat er mir gemacht. Das ist wahre Dominanz, Alter. Teabagging in Gothic. Daniel, ich weiß zwar nicht, ob du gerade zuschaust, aber das war mein erster echter Kill. Auch wenn das jetzt auch nicht wirklich schwer war. Das war ja... Der ist ja gesessen. Also, ich zähle mal jetzt Matt nicht, weil Matt ist ja nicht mehr wert als eine Fleischwanzer. Der ist ja auch in der Schattestelle. Ich kann erst einmal die Schattestelle markieren. Ich habe nur so Standard-Emos. Ich weiß nicht, was die können auf Twitch. und warum man unbedingt welche haben möchte. Ich finde das eher geil. Jetzt halt die Frage, wie wirkt sich das auf mein Sozialleben hier im Lager aus? Wenn ich jetzt Diego frage, ist die Meinung vielleicht gesunken, weil ich ein Mörder bin? Oder hat man jetzt mehr Angst vor mir? Was sagen die Gardisten zu meiner Aktion? Nein, nach der Aktion. Wieso bezahlt der so Bauernpack, dass die, also warum bezahlt der Butler, dass die mir was tun? Ja okay, dass die umbringen, da mache ich mich wahrscheinlich sehr unbegiebt. Aber der redet nicht. Vielleicht redet er, wenn ich zu den Dingen gehe. Nein? Das darf ich einfach. Alter, das ist so ein Beta-Cuckboy. Auch der wird abgestochen. In naher Zukunft. Jetzt traue ich mich noch. Obwohl... Das ist Baba. Und... Sollte das jetzt auch gelingen? Das ist jetzt wirklich ohne Grund. Das ist einfach nur Kalki. Der bewegt sich noch! Woran bin ich gestorben? Hat er mich abgeschossen? Ja, deswegen habe ich ja den Speicherstand gesetzt. Es schaut recht schlimm aus, wenn der hell tot ist mit dem Mund zu offen. Auf ein neues. Ja, ein Kampf! Ein Kampf. Kann sein, dass du irgendwie zurückgeblieben bist, mein Freund. Kann sein, dass das die vielleicht ein bisschen dusty ist im Hirn. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde kennen, hätte ich besagt. Und zwar in deinem Bett, du Beta-Bitch. Schaut immer nur auf den Boden und Räten exaltert. Der hat keine schöne Zeit in der Mittelschule. Ah, da geht doch nichts dafür, da jemanden rumzudringen. Hast du die ganze Nacht da draußen verbracht? Dusty, Dusty. Du musst doch ein bisschen Gats beweisen und für dich einstehen, Dusty. Sonst würde dich hier keiner respektieren. Ich würde es wahnsinnig interessieren, ob irgendjemand diesen ausschauen müsste. Hallo. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Ich muss ehrlich sagen, dass es auf jeden Fall ein Mann stand. Ein erster, echter Köln. Die richtige Entscheidung. Das ist ein bisschen erfahren. Mann. Wieso muss ich um 20 Uhr weg? Ich hasse mein Leben. Imagine ich hätte einen echten Job. Das wäre noch viel zu machen. Obwohl nein, das wäre besser. Dann wüsste ich wenigstens jeden Tag wann ich weg muss. Und was? Furtz oder Kacken? Nein, es war nur ein Furtz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das Ne... Oh Gott. Ich mache lieber den Fingertest. Auch wenn ich keine Zuschauer habe, ich kann ja mal stolz davon berichten, dass ich geglaubt habe, dass mir jetzt eine Kackwurst aus dem Arschloch rennt. Tatsächlich aber war es das Taschenzug, das ich das Klopapier, das ich mir in der Früh reingesteckt habe, damit das eben nicht passiert. Das war ein surreales Feeling. Aber das zeigt doch auch, dass meine Ärzte sich in Dreck um mich scheren. Und ich mich noch weniger. Was kannst du mir über das Lager sagen? Na, hat keiner von den Worten gehört? Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Cool. Wo finde ich Torus? Er steht für gewöhnlich am Eingang der Burg. Ich wollte meine Ärzte nicht laufen. Danke. Okay. Wer quatscht mit dir? Wer quatscht mit dir? Bei 3.06 dürfen wir mit Essen fertig sein. Man, wieso muss es ein echtes Leben geben? Ich höre nichts. Ich hatte das Bild schon lange geklärt. Ich bin um ein. Gardist, hallo? Nicht besonders schlau. Arbeiten alle Leute hier für Gomez? Nein, die meisten hier sind einfache Buddler. Nur wir Gardisten und die Schatten sind Gomez-Leute. Wofür sind die Buddler da? Gute Frage. Die Dreckfresser sollten wir eigentlich gar nicht aus der Mine rauslassen. Wenn sie ne Zeitlang in der Mine waren, kommen sie her, um ihren Anteil auszugeben. Wenn alles verprasst ist, geht's wieder ab in die Mine. Die meisten hier leben so. Du siehst aus, als wenn du mehr drauf hättest, als nur eine Hacke zu schwingen. Du solltest mit Torus reden, wenn du es nicht schon getan hast. Was ist die Aufgabe der Schatten? Die Schatten sorgen dafür, dass Gomez-Befehle ausgeführt werden. Die meisten von ihnen sind Speichellecker, die sich hocharbeiten wollen. Aber wenn du hier was werden willst, ist das der einzige Weg. Wenn du lange genug deine Aufgaben erledigt hast, ohne zu versagen, kannst du einer von uns werden. Wenn du erst zu Gomez Leuten gehörst, kann dir niemand in der ganzen Kolonie mehr was anhaben, Kleiner. Was tun die Gardisten? Wir bewachen das Lager und beschützen die Buddler. Mit Sold, den Gomez uns zahlt und dem Schutzgeld, das wir von den Buddlern bekommen, kann man seine Zeit ganz gut rumkriegen. Arbeiten alle Leute? Nein, nur... Wie steht's? Für dich? Solange du keinem Lager angehörst, nimmt dich hier keiner ernst, Kleiner. Was muss ich tun, um bei Gomez Gardisten aufgenommen zu werden? Du? Du machst mir Spaß. Kommst hier rein und willst direkt ganz nach oben, was? Gomez macht nur die besten seiner Leute zu Gardisten. Du wirst wie alle anderen anfangen müssen und deine Loyalität als Schatten unter Beweis stellen. Wer hat hier das Sagen? Torus kontrolliert alles, was im Lager läuft. Diego ist seine rechte Hand. Wenn du hier aufgenommen werden willst, sind das die Leute, mit denen du reden musst. Ja, ja. Ich halte mich da lieber raus. Ich halte mich da lieber raus. Cool. Ich halte mich da lieber raus. Hände. Hände. Man darf auch nicht... Nimm auf die Uhr schon, 306 muss ich wieder rufen. Der redet ja nix mit mir. Wann wahrscheinlich hast du recht. Wie sieht's aus? Ich habe die letzten zwei Wochen in der Mine geschuftet. Alle... Die sind die Die sind die Aber ich finde es cool, dass ich den einen, der mich angegangen ist, einfach umbringen durfte. War das weil kein Kartist in der Nähe war oder war das, weil es gerechtfertigt war? Das muss ich nachher ausfällen. Mit meinem Glas. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon Sett. Keiner redet mit dir, du dummer Puttler, also. Dem hier wollt ich reden. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst, wenn der Schläfer... Du es überzeugt... Aha, mit Rechtsklick kann man auch springen. Ich dachte, das wäre schon lange. Ich höre nicht mehr auf das... Der letzte Scheiß. Ich glaube, ich krieg schon wieder Durchfall. Kann man wie ein Kamie für den Schläfer zu bringen. Oh, ich bin schön, so. Ja, ich bin fantastisch. Ja, ich bin gemütlich. Ich bin so großartig. 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 Das kann man dann wieder in die Pfanne hauen, das finde ich gut. Ich war nicht im Vater, aber ich war nicht im Vater. Ich war nicht im Vater, ich war nicht im Vater. Aha. Mann, das ist alles schön und gut, aber so langsam möchte ich dann aber auch Fleischwanzen finden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 War das Absicht? Ich denke nicht. Oh Gott, oh Gott. Man, wie soll ich den Ketchup nicht rausgeholt? Mama, steh auf! Da war ich schon. Jetzt setzt das Haus am Best. Absicht. Also einmal kann man es... Hallo? Hallo? Ja. Boah, doch klar. Warum passiert sowas mit mir? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, weiter geht's ja. Verlassene Hütten, danach suchen wir jetzt. Das ist ein Fleischwanz. Habe ich jetzt ohne Scheiß das ganze Kochen nicht gespeichert? Bin ich jetzt ohne Scheiß ertrunken, obwohl es kein Wasser gibt? Gothic. Was sollte das Gothic? Was habe ich gedrückt, damit ich plötzlich ertrinke? Ich versuche das noch einmal. Mann, ich habe die 14 Stück Fleisch jetzt alle gekocht. Für was? Dass ich sie wieder kochen darf. Das ist wie wenn man den Tessert Pass... Ja, Daniel weiß nicht. Eine Stunde wurde einfach abgekackt. Ah, die Geschichte muss man machen. Wahrscheinlich hast du recht. Auf ein neues. Auf ein neues. Ah, wahrscheinlich hast du recht. Das muss eben aufreißen. Das war's Mandeln. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe. Das ist passiert. Ich habe den anderen auch was von mir gehört. Wahrscheinlich immer wieder dieselbe Leier. Ah, lass dich lieber überraschen. Oh, ist das... Wahrscheinlich hast du euch. Okay, Quatsch. Das kann doch nicht stimmen. Ah, lass uns lieber überraschen. Müsste doch jetzt viel mehr sein, oder? Aber hey, man kann doch... Okay, nein, bei Wert 8. Obwohl 8 mal 15... Ich bin scheiß den Kopf rechner, was jetzt darüber wundert. Man muss eben aufpassen, was man mal erzählt. Der letzte Scheiß. Das passiert mir nicht nochmal. Ich bin doch gerade am überlegen, wie profitabel es wäre, jagen zu gehen, dann zu kochen und dann das gekochte zu verkaufen. Aber dadurch, dass hier wahrscheinlich die Viecher jetzt permanent sind... Alter, hier sind einfach mal noch 10.000 Pilze und Brote. Alles gehört mir. Alles gehört mir. Alles gehört mir. Wieso habe ich für 20 Uhr zugesagt? Wieso bin ich so ein Vollidiot? Ich bin total heim. Ich bin total heim. Ich bin total heim. Auf der Suche nach Fleischwanzen... ... Ja, ich hätte mehr machen sollen. Schmeckt richtig viel. Ich bin total heim. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Aha, deswegen bin ich ertrunken. Warte, das erinnert mich. Deswegen bin ich ertrunken. Da ist Wasser. Es ist aber nicht genug Wasser, um zu ertrinken. Da will man ja schon sterben wollen. Das ist aber nicht genug Wasser, um zu ertrinken. Das ist aber nicht genug Wasser. Schön, dass es die Diesen im Spiel gibt. Schön, dass es die Diesen im Spiel gibt. Ich probiere wieder zu ertrinken. 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 Wenn ich so ein Spiel machen würde, würde ich auch eine Out-to-Run-Option machen. Halt in einer Richtung zumindest. Ich glaube kaum, dass ich daran was ertrinken würde. Weil holy shit, Alter, das ist ja mal Tizer, finde ich. Wahrscheinlich. Deine Mutter. Keine Fleischhotzen hier. Keine Fleischhotzen da. Keine Fleischhotzen da. Keine Fleischhotzen da. Keine Fleischhotzen da. Ich hab schon. Schatz 3, ich erst mal was. Ey. Das Problem ist, wenn ich jetzt schlafen würde, dann verschlafe ich 20 Uhr nicht. Wenn ich jetzt aber noch so lange Koffe gespielt wie ich will, ist es 20 Uhr. Ah, ist das alles schlecht. Oh Gott. Oh. 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 Ich bin jetzt mal im Lager entfernen für Verlassen. Äh, für Verlassen werden. Ja toll, ich bin genau einmal im Kreis gerannt. Das war ja sehr zielführend. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben. Also zisch ab. Ja, der Zohn wird ein anderer sein, wenn ich erst mal Gardist oder whatever Schatten bin. Weil dann hack ich euch in Stücke. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen. Und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Kann ich dir kein Erz geben? Das wäre doch ur-cool, wenn ich denen da jetzt Erz geben könnte. Aber anscheinend nicht. Und wenn ich dir in Ruhe betatsche, Ah, aber der Frechdachs hat nur ne Keule, ok. Wird nicht so groß jetzt für ihn bespucken sollen. Irgendwann. Ich kann ja warten, dass es Nacht wird. Und dann warten. Nein. Dann werde ich vom Wachschusseln. Morgen. Hier und weit weg. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ne, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. So, mein Arschloch. Ganz herrlich, wenn ich nur sowas annehmen muss, möchte ich am liebsten einfach anfangen. So, mein Arschloch. Oh,iment. Bis zum nächsten Mal. So, mein Arschloch. So, mein Arschloch. Das ist böse. So, mein Arschloch. So, mein Arschloch. Aber Daniel hat schon recht gehabt mit diesem Steuerhunk-Ding, da kann man ja zweimal so Mann, ich muss näher ran! Ja Mann! Geht doch! Der hat mich nicht getroffen! Ich halte mich nicht immer zu weit vom Lager entfernen, wenn ich es sonst nicht wieder hinfinde. Aber es muss doch irgendwo kack Fleischwanzen geben, in verlassenen Hütten, wo sind denn welche? Geht doch! 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 auf der Fernsehauflösung spielt oder was? Der nicht mein Fernseher war aber nicht mein normalem Screen oder was? Da wäre die Full HD Einstellung. Oh Mann, ich hätte mir das alles ersparen können. Was ein Abfuck. Na, ich muss, das Klo ist, oder? Das Taschentuch hält viel aus. Klopapier. Fuck, ich darf jetzt nicht einschlafen, ich muss um 8 Uhr da sein. Wenn ich jetzt einschlafe, dann... Ja, ne, niemals schlafe ich auf diesem Scheißteil am Nachmittag so lange. 3,40... 3,40 macht 3 Stunden 20 Minuten. Also ich muss nicht einschlafen, genau. Nein, das ist der voll schöne Arsch, ich muss weiterspüren. Ich muss einfach durchmachen, oder? Ich muss einfach durchmachen bis auf dem Anstrengung. Scheiße, ist das alles trug. Scheiße, ich vermisse mein Bett. Ich will weiterspielen, ich will weiterspielen, es lohnt sich jetzt nicht schlafen will, dann verpasse ich vielleicht 8 Uhr. Ich könnte meinen Wecker stellen, aber der Wecker weckt mich nicht auf. Ich könnte in die frische Luft gehen. Aber ich traue mich nicht, weil ich jeden Moment wieder in meine Hose quacken könnte. Ich finde schon irgendwelche Fleischhundsen, ich habe abgespeichert. Ich kann jetzt so dumm spielen wie ich will, ich finde irgendwelche Fleischhundsen. Das war's für heute. Ich kann mich nicht so dumm spielen, ich muss einen我覺得verteid sein. Ich kann euch nur da bleiben, und dann kann euch nur da sein. Es wird doch keine Motivation gegeben, wie ich minuten will. Ach so, ich renne gegen die... Alter, wieso hat das ein Collision? Das ist wirklich scheiße. Ich liebe dieses Gaugau langsam. Irgendwie, weil das die einzigen Viecher sind, die ich dazu habe. Na ja, das sind die... Wildwanzen, Fleischwanzen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja dann mache ich später weiter